Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Bombardier, der alte Tom, daran kennt ihn jeder. Gelbe Stiefel, blaue Jacke, Hut mit blauer Feder. Fing niemals niemand ein, denn er ist der Meister. Seine Lieder haben Macht über böse Geister. Ja, okay, und bevor sich jetzt welche wundern, nein, das bin nicht ich mit KI, damit ich klinge wie Lasse, der Tom Bombardier referiert, sondern das war Lasse. Aber natürlich begrüße ich euch auch recht herzlich. Also Megowannen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zum mittlerweile vierten Recap zu Die Ringe der Macht, was wir im Vorhinein aufnehmen zu einem Zeitpunkt, wo nicht mal die ersten drei Episoden draußen sind. Und dementsprechend haben wir auch wieder keinen Titel für die ganze Nummer hier parat. Aber ihr seid trotzdem herzlich willkommen und natürlich auch Lasse einmal mehr. Das ist echt so seltsam, dass wir jetzt auf der Hälfte der Serie sind, obwohl noch keiner sie gesehen hat, oder? Ja, es ist crazy. Und ich fühle mich irgendwie sehr unfair im Vorteil. Ja, aber den spielen wir heute noch ein letztes Mal aus. Beziehungsweise, ja gut, ich habe tatsächlich vor, noch weiter vorzuproduzieren, möglichst bis Folge 6. Da müssen wir mal schauen. Folge 5 und 6 werden aber mit Sven besprochen, denn der Lasse ist hier kurz davor, ja, in seinen wohlverdienten Urlaub zu fliegen. Nicht wahr? So ist es, genau. Gehe nach Afrika, auf Safari, mit der ganzen Familie, plus noch Frau von einem der Brüder und einem Freund der Familie. Und wir sind wahnsinnig aufgeregt. Ja, und da begibst du dich dann auch vielleicht auf die Suche nach Proto-Hobbits oder Tom Bombadil, je nachdem. Ja, und ich würde sagen, damit springen wir dann auch in die eigentliche Folge rein, verlieren nicht mehr großartig Zeit. Folge 4 hat für uns natürlich wieder keinen Titel. Ja gut, wir könnten vielleicht kurz spekulieren, wie es heißen könnte. Oh Gott, das ist schön. Ich habe irgendwie nicht wirklich einen Anhaltspunkt, wenn ich ehrlich bin. Ja, wahrscheinlich irgendwas mit Bombardy werden sie wahrscheinlich ausspielen. Eventuell. Eldest könnte vielleicht die Folge heißen. The Eldest oder so, ne? Der Älteste. Ja, ja, vielleicht. Obwohl er ja im Großen und Ganzen nimmt er ja nicht super viel Raum ein jetzt in der Folge. Ja, aber sie haben ja auch schon die dritte Folge in der ersten Staffel A da genannt, obwohl der erst ganz am Ende auftaucht. Ja stimmt, aber er wird halt mehrfach erwähnt. Ja, wird schwierig. Naja, mehrfach erwähnen werden wir wahrscheinlich auch hier neue Namen hinter der Kamera, beziehungsweise alte und neue, nämlich auf dem Regiestuhl erneut Louise Hooper, die ja die dritte Folge zusammen mit Charlotte Brandstrom gedreht hat. Und sie hat hier aber auch noch eine Co-Regisseurin, die ein kompletter Neuankömmling ist in Mittelerde. Eine Dame namens Sanaa Hamri. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und bei der ging schon, bei vielen Leuten hatte ich zumindest so im Internet mitbekommen durch den Äther, oh ja, die hatte ja früher irgendwelche Musikvideos für Nicki Minaj oder so inszeniert oder auch für Mariah Carey und so weiter. Ah. Tatsächlich ist sie aber schon sehr viel länger im Serienbusiness unterwegs. In der IMDb sind tatsächlich stolze 60 Titel bei der vermerkt. Die hat zuletzt auch für Amazon für Wheel of Time und Generation V. Ich glaube, das ist ja also Gen V, das ist ja dieses Spin-Off zu The Boys. Da war sie jetzt auch mit am Drücker. Ja, und die scheint sich jetzt bei Amazon so langsam so zum Inventar zu gesellen. Also das ist ja dann schon wirklich die dritte oder vierte Arbeit in Folge nur für Prime. Auf IMDb, auf der offiziellen Ringe, da macht die IMDb-Seite, da steht sie tatsächlich noch nicht. Also das ist da entsprechend noch nicht geupdatet. Das wundert mich ehrlich gesagt, weil es ist schon länger bekannt, dass diesmal alles Damen sind auf jeden Fall hinter der Kamera. Ja, und sie gibt nun hier ihren Einstand in Mittelerde. Und wer das Ganze vielleicht noch so ein bisschen belächelt haben dürfte, aufgrund von, ja, sie hat mal irgendwann Musikvideos gedreht, wo ich mir echt so denke, ey, habt ihr mal, Leute, habt ihr mal gesehen, was David Fincher vor Alien getan hat? Ja? Ja, genau. Also viele haben irgendwie in den Bereich angefangen. Ja, absolut. Einige Großrauskommen, andere nicht so sehr. Aber es ist gar kein abwegiger Karrierestart, sowas. Nee, überhaupt nicht. Und beim Drehbuch haben wir auch jemand Neues, auch wieder eine Frau, die tatsächlich noch nicht so viel gemacht hat. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie hier eventuell involviert ist, weil sie vorher mit Charlotte Brandstrom an The Continental gearbeitet hat. Das ist ja diese Mini-Spin-Off-Serie aus dem John-Wick-Universum gewesen. Ach so. Und da waren beide dran beteiligt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da so die Querverbindung ist. Die hat aber unter anderem auch einige Folgen von Star Wars Discovery geschrieben, beispielsweise. Okay. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass die ja, glaube ich, nicht so beliebt ist bei den Fans. Du meinst Star Trek Discovery? Star Trek, ja. Ich bin hier schon völlig, durch The Ecolite ist das alles in meinem Hirn, ja. Aber nee, Glenise Mullins heißt die Dame, hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt, ne. Ja, mal gucken, was die so aufs Tablett bringt. Aber zuerst sehen wir, was Sanaa Hamri so zu bieten hat. Und ich muss sagen, da war ich am Anfang wirklich erstaunlich angetan von, was wir hier sehen inszenatorisch. Wie ging's dir? Ähm, was passiert denn eigentlich noch mal genau am Anfang? Wir starten bei den grauen Anfurten, wo Elrond und Galadriel sich ja immer noch befinden. Und jetzt hier Pläne schmieden, abzumarschieren. Also, dass sie eben Bogenschützen und Schwertkämpfer rekrutieren wollen. Genau, wir sind da dabei. Wir sehen ja auch schon Soldaten im Hintergrund und Vordergrund herum marschieren. Es werden Vorbereitungen getroffen und dann gehen wir über zu einer Reisemontage. Ja, aber die ganze Sequenz hier, also, ist es dir nicht so aufgefallen, was mir an dieser Sequenz hier gefallen haben könnte? Anscheinend nicht, aber anscheinend ist es so, dass es wohl ein Long Take ist. Genau, es ist eine einzige große Plansequenz. Die geht wirklich von hinten von den Schiffen, die man da so vor Anker sieht. Also, da ist ja hier von Kier da, der Schiffsbaubetrieb, sage ich jetzt einfach mal. Und dann gleitet die Kamera halt weiter vor. Das wirkt vielleicht auch ein bisschen digital, zugegeben. Aber ja, sie geht dann so zwischen den Reihen dieses kleinen Elbenheers, was so reinmarschiert kommt. Und dann kommen Galadriel und Elrond so von der Seite ins Bild und kriegen sich wieder an die Köpfe. Und ich fand das, also wirklich auch die ganze Szene, dann bis zu der Reisemontage, kein einziger Schnitt. Und da dachte ich mir so, ja, warum nicht gleich mal so was? Das bringt einfach schon viel mehr Dynamik in das Ganze. Weil die Serie ist doch sehr oft einfach nur, Leute unterhalten sich irgendwo, stehen irgendwo rum, Schuss gegen Schuss. Und da brachte das hier wirklich direkt eine sehr frische Note rein, fand ich. Das macht es mir in der Fall umso besonderer. Und anscheinend habe ich dann sehr viel eher auf den Dialog geachtet. Und eben halt, wenn du das clever machst, dann lenkt das nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf sich und ist dann einfach sehr schön zweckdienlich für die Szene. Und das ist dann hier der Fall. Aber zwischen Galadriel und Elrond herrscht auf jeden Fall immer noch dicke Luft eher. Und auch nur auf Drängen des Königs hat sich Elrond dazu überreden lassen, sie zu seinem ersten Lieutenant zu ernennen. will ihr dann anvertrauen, dass sie eben vorschlagen soll, ja hier, wir brauchen einen Bogenschützen und zwei Schwertkämpfer. Kannst du da irgendjemandem empfehlen? Und Galadriel ist auch so leicht spöttisch im Hinblick darauf, dass er jetzt ihr Kommandant ist. Ja, sie kennt sich ja aber auch offensichtlich aus. Ja, ich muss sagen, ich fand das aber auch wieder leider sehr unsympathisch von ihrer Figur, weil ich mir echt so dachte, nach der ganzen Scheiße, die du zuletzt verzapft hast und auch wie du Elrond auch teilweise, wie du mit ihm umgesprungen bist, könntest du jetzt eigentlich ja auch mal ein bisschen kleinere Brötchen backen, oder? Naja, sie ordnet sich ja schon irgendwie unter, wenn auch vielleicht nicht ganz freiwillig. Was mich nur gewundert hat, ist, warum sind die zu Fuß unterwegs? Ja, das ist eine gute Frage. Weil wenn die Zeit so drängt, und ich meine halt, wenn sie irgendwie, wir wollen nicht die offiziellen Routen benutzen für die Pferde, könnte das schwierig sein. Das wäre eine gute Begründung, aber ich finde, dann sollten sie das betonen irgendwie. Dass man sie dann halt einfach da zu Fuß rumlaufen sieht, wo sie es doch irgendwie eilig haben. Und ich weiß ja, Elben, die halten einiges aus, die können schnell und weit laufen und die geraten nicht so leicht aus der Puste. Aber trotzdem fand ich das doch ein bisschen seltsam. Ja, das vor allem, weil Galadriel so viel auf dem Pferd geritten ist in der ersten Staffel, ne? Also ... Ja, und ich meine, sie haben ja welche. Wir haben es ja etabliert. Es gibt ja auch welche dort. Ja, gut, vielleicht wollte man auch so ein ... Keine Ahnung, die Reisemontage, die sich hier anschließt, die channellt dann ja schon irgendwie so ein bisschen Peter Jackson. Da fehlt mir aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen die Größe. Also ich habe auch nicht so das Gefühl, dass sie hier mal versuchen, irgendwelche Orte, die man vielleicht kennen könnte, im Hintergrund mal irgendwie anzudeuten, sondern das wirkt alles ein bisschen beliebig. Und es ist vor allem auch nicht mehr Neuseeland. Das sieht man sehr deutlich. Mir persönlich hat bisher Neuseeland tatsächlich gar nicht gefehlt, optisch, lustigerweise. Man merkt definitiv, dass es ein bisschen anders ist. Gerade halt mit einer bestimmten Waldsequenz etwas später ist, wo ich mir dachte, ah, das wirkt definitiv halt ein bisschen anders. Und dachte eher so Richtung England. Aber ich finde, die finden ja sehr schöne Einstellungen. Und eben auch die Tatsache, dass du hast ja tatsächlich viele Location-Shots, aber da ja auch nicht nur in England, sondern vor allem halt ... Die beziehen sich ja vor allem auch auf die Wüstensequenzen. Ich finde, die machen da das Beste draus. Und ich finde, das sieht dann doch alles ganz schick aus letztendlich. Und letztendlich ist es auch sehr viel damit. Nachbesserung, was die Farbgebung angeht, etc. Und da kann man dann natürlich einiges manipulieren. Na, auf mich wirkte es so ein bisschen beliebig tatsächlich. Also, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit den Gefährten, die von Bruchtal aufbrechen nach Moria und dann auch mal irgendwie an so, ja, weiß ich, zerstörten Festungen oder so vorbeikommen. Also, da ist einfach sehr viel mehr Worldbuilding. Hier wirkt das einfach nur so ein bisschen, ja, aneinandergereiht, um es mal ganz böse zu sagen. Ich fand's jetzt nicht schlecht. Ja, gut, dass sie dann noch mal auf die Karte zurückgreifen. Da merkt man auch, dass sie das irgendwie versuchen müssen, jetzt ins Worldbuilding einzubetten. Das Worldbuilding, was sie haben und was leider immer noch so ein bisschen rudimentär wirkt. Aber diese Überleitung zu der Brücke, zu der sie hier ja wollen, die fand ich ganz gut. Also, dass das da praktisch so rein skizziert wird ins Bild. Ja, genau. Sie kommt zu einer großen Brücke über einem Abgrund und die ist kaputt. Und sie denken sich, ist vielleicht ein Blitzschlag? Und Kaladriel denkt sich, na, das ist was anderes, was übernatürlich ist, was Böses hat das hier gemacht. Und wir haben ja gesehen, dass da in der zweiten Folge ging ja quasi so dieses Beben, dieser Schatten von Mordor aus. Und das könnte etwas damit zu tun haben. Und dann überlegen sie, was machen wir jetzt? Haben da verschiedene Möglichkeiten, wo sie rum können? Und dann sagen sie, hier, diese Wälder dort durch die Hügel, da ging es schneller. Aber Kaladriel spürt, dank des Ringes trägt, dass dort anscheinend irgendetwas Ungutes ist. Und sie sagt, wir sollten woanders hin. Aber Elrond sagt nein. Und hier kriegen wir auch die Gelegenheit, hier sehen wir zum ersten Mal, wir sehen nämlich nicht, wie die Gruppe rekrutiert wurde. Hier sehen wir sie tatsächlich zum ersten Mal im Detail, ihre Mitreisenden. Ja, da muss ich sagen, da hätte ich gerne mal gesehen, dass die rekrutiert werden. Weil die haben zwar zumindest Namen, die man dank Amazon X-Ray dann wahrscheinlich sogar lesen kann. Das werden die meisten aber nicht tun. Ansonsten sind das halt einfach nur so, ja, weiß ich nicht, ziemlich gesichtslose. Und da hätte ich es gut gefunden, wenn man den vor allem, man hat die jetzt auch noch ein Stück weit, also noch diverser besetzt als in der ersten Staffel. Denn wir haben hier zum ersten Mal, glaube ich, einen weiteren, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schwarzen Elben. Und wir haben sogar eine Asiatin mit an Bord. Und da hätte ich schon gerne, ehrlich gesagt, gesehen, also weiß ich, man hätte ja mal kurz zeigen können, wie Galadriel und Elrond, die mal jetzt eben so anwerben oder so. Und dann vielleicht auch, also weiß ich, da ist mir zu wenig Persönlichkeit an der Stelle. Und das ist schade. Das kündigt eben dann so ein bisschen an, oh Gott, wie lange werden wir die wohl zu Gesicht kriegen? Ist dann halt auch das Problem. Sind das quasi nur Red Shirts? Aber ich mag sehr gerne, dass man die gut auseinanderhalten kann und dass jede für sich einfach auch cool und einzigartig aussieht. Also innerhalb dieser Gruppe, man weiß sofort, wer wer ist. Und ich finde, die haben auch jeweils einen sehr, sehr coolen Look. Aber ja, ich wünsche, da wäre trotzdem ein bisschen mehr Interaktion. Weil hier letztendlich gibt es nicht super viel Dialog. Ich muss auch sagen, ich verstehe die Motivation ihrer Mission jetzt nicht so wirklich. Beziehungsweise am Ende sagen sie eigentlich was völlig anderes. Weil hier heißt es ja am Anfang, sie brechen auf nach Eregion, um Celebrimbor zu warnen, weil von dem nichts gekommen ist. Also dieser Bote ist ja nie angekommen. Das wissen wir ja. Und zum Ende hin sagen sie dann aber, ja, wir suchen ja eigentlich Sauron. Und dann denke ich mir so, hä? Also irgendwie passt das nicht zusammen. Und das ist dieselbe Folge. Vielleicht haben sie so ein bisschen auch das Gefühl, dass Sauron dort ist. Und das schon irgendwelche Sachen lenkt. Und deshalb ist es im Prinzip so, oh, scheint so, als hätten wir quasi zwei Missionen. Sie gehen ja davon aus, dass Sauron in Mordor ist. Und da frage ich mich übrigens auch, weil klar, es wurde so dargestellt, dass irgendwie jetzt von Mordor aus so Schlieren über die Karte ziehen. Aber die Verbindung zu den Hügelgräberhöhen wurde da A, überhaupt nicht gezogen. Es bezog sich eher nur auf Khazad-Dum an der Stelle. Und B, ist A da in Mordor? Also, weiß nicht, das griff für mich überhaupt nicht. Und auch dann dieses, dass Elrond sagt irgendwie, ja, wir können ja nicht woanders lang, weil der Feind wird ja wahrscheinlich diese Straße auch beobachten. Dann denke ich mir so, welcher Feind denn jetzt bitte? Die Orks sind in Mordor. Das ist euer letzter Stand. Und Mordor ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Ich meine, die sind hier wirklich, die sind hier da, wo später das Auenland und der alte Wald sein wird. Also wirklich weit oben. Doch, da sind sie. Da sind doch die Hügelgräberhöhen. Nee, das sind andere Hügelgräberhöhen. Das ist nicht genau, das ist nicht exakt der Ort. Okay, weil ich hatte nachgesehen, weil sie nennen hier nämlich auch den Namen Thürn-Gorfhardt. Und das ist ein alter Name für die Hügelgräberhöhen östlich des Alten Waldes und der Stelle, wo dann später das Auenland ist. Okay, dann habe ich, glaube ich, dann habe ich selbst, glaube ich, tatsächlich einen Fehler gemacht und verwechselt, wo Lindon eigentlich genau ist. Aber ja, das ist halt doch tatsächlich ziemlich weit im Westen. Und dann ergibt die Route durchaus Sinn, ja. Also das heißt, dann sind sie doch tatsächlich da irgendwo in der Gegend. Und es heißt halt, sie haben zwei Optionen. Entweder sie gehen nach Norden, dafür brauchen sie dann ganze zwei Wochen länger. Und nach Süden geht es dann eben nur über diese, ja, Hügelgräberhöhen. Die machen hier dann zumindest geografisch dann Sinn. Also beim ersten Mal, muss ich sagen, fand ich diese ganze Nummer, die dann jetzt hier kommt, ehrlich gesagt so ein bisschen willkürlich reingeworfen. Aber hier macht es zumindest von der Location her halbwegs Sinn. Trotzdem frage ich mich auch, sie übernehmen dann ja so ein bisschen hier mit den Grabunholden dann diesen Plot aus dem Buch. Nur da ist es ja so, dass Frodo da durchreist und dass diese Grabunholde vom Hexenkönig informiert worden sind, dass die da durchkommen können und dass sie deshalb die Augen offen halten sollen. Hier müsste es dann ja Sauron selber gewesen sein, auf seinem Weg nach Eregion theoretisch. Und dann müsste er hier auch diese Brücke zerstört haben. Aber das bleibt halt alles im Wagen. Also ich hab da keinen Bezug zu. Letztendlich reden sie sich ja damit raus, dass sie halt erweckt wurden durch die dunkle Macht, die jetzt durch das Land fährt. Das ist so weit in Ordnung. Aber ich glaube, letztendlich ist es in der Lore begründet, dass es vor allem die Macht des Hexenkönigs war, die diese alten Könige hat auferstehen lassen. Und da greifen sie jetzt eben schon sehr viel weiter vor. An sich ist das nicht schlimm. Man kann da ja Sachen ein bisschen in Not her schieben. Aber letztendlich wirkt das nur so ein bisschen wie so ein Abhaken. Oh, das ist aus dem Buch, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Ja. Und wir möchten das hier gerne einbringen. Und letztendlich hab ich damit halt, wir möchten das gerne einbringen, hab ich jetzt endlich so ein Problem damit. Letztendlich aber führt das leider nicht so besonders viel. Ja gut, das kann man bei dieser Folge an vielen Stellen sagen. Es ist halt blanker Fanservice eigentlich nur. Also es fällt schon auch auf, dass sie sich für diese Folge wirklich dezidiert an ganz bestimmten Stellen im Buch, also in Herr der Ringe bedient haben, die auch noch zusammenhängen. Also Tom Bombadil, die Hügelgräberhöhen, dann auch hier das mit den Hobbits und den Reitern. Das kannst du theoretisch sogar auf die schwarzen Reiter aus dem Buch beziehen. Und auch, dass sie dann dabei Hobbits Unterschlupf finden. Das ist dann praktisch der Bauer Maggot. Also das wirkt schon sehr wie eine Blaupause übernommen. Was ich übrigens auch gar nicht mochte in der Szene, war mal wieder Galadriel. Es ist dann ja so, also sie und Elrond geraten dann ja so aneinander. Und er sagte dann ja, also wenn du dich jetzt hier nicht einfügst, und das tut sie ja anscheinend nicht, dann kannst du auch gerne wieder nach Hause gehen, wenn du willst. Und er sagt auch, wir nehmen keine Hinweise, wir richten uns jetzt hier nicht nach deinem Ring. Genau, richtig. Wir nehmen keinen Rat oder Befehle, um Gottes Willen, von einem Schmuckstück an. Und dann meint sie so, ja, natürlich könnte ich nach Hause gehen, aber ich will ja hier keinen von dieser Truppe gefährden. Und das war dann wieder auch so, ja klar, das soll empathisch klingen, aber letzten Endes ist das so, ja, ohne mich habt ihr ja eh nix drauf. Das ist so, nee, also das ist wieder wahnsinnig, wirklich so unsympathisch einfach. Also wer soll sich damit identifizieren? Und was mir da auch nicht generell an Galadrids bisherigen Werdegang in dieser Staffel überhaupt nicht gefällt, erst hat sie doch so diese Einsicht, ich will es besser machen, und dann verlässt sie sich nur noch auf den Ring. Weil man hätte es ja so sagen können, von wegen sie hat jetzt aus ihren, oder sie, also das sagt sie doch auch zu dem Elbenkönig in einer der ersten beiden Folgen, dass sie jetzt so viel wie möglich wieder gut machen will, weil sie merkt, oh, ich hab echt Scheiße gebaut. Aber stattdessen kommt das nicht aus ihr heraus, sondern es bezieht sich alles immer nur auf den Ring. Und das find ich echt schwach. Also da hat man auch bei ihr eine Möglichkeit, mal wieder sausen lassen, ihren Charakter mal irgendwie ein bisschen nahbarer zu schreiben. Ist jetzt nicht so. Also in der ersten Staffel hab ich die wirklich gehasst irgendwann, weil sie auch irgendwelches Faschogebrabbel da von sich gegeben hat. Hier ist sie mir ehrlich gesagt wahlweise ziemlich egal oder, ja, unsympathisch immer noch. Ich hatte da nicht wirklich ein Unsympathieproblem bei ihr in dem Fall. Ich fand das dann eigentlich ganz amüsant. Aber, ja gut, ich versteh auch, dass man da anders denkt. Sind wir dann immer noch bei ihnen oder wechseln wir dann die Szenerie? Nee, wir wechseln dann direkt, ja, zum Filetstück für dich beziehungsweise den Grund, warum du unbedingt diese Folge besprechen willst. Richtig, ja. Nämlich, wir sehen dann, wie der Fremde nach den Halblingen sucht. Der Fremde, aka Scamdalf. Scamdalf sucht nach den Haarfüßen, welche ja durch den Windsturm verloren gegangen sind. Guckt sich da immer noch rum. Und ich glaub, wir bleiben erst mal bei ihm, ne? Genau, er findet eine Ziege. Ja. Und mitten in der Wildnis findet er eine Ziege. Und kurz darauf auch ein Haus, wo auch jemand ist. Also, das ist nicht verlassen, sondern dort ist ein, ich nenn ihn jetzt einfach mal Farmer, der ihm den Rücken zudreht. Wir sehen im Hintergrund, der züchtet anscheinend Bienen. Und scheint Scamdalf eigentlich gar nicht so wirklich zu bemerken. Sinkt so, glaub ich, leise vor sich hin. Genau. Und wirft Scamdalf auch fast einen Strauß ins Gesicht, bis der ihn dann direkt anspricht und nach den Haarfüßen fragt. Ja, und dieser Einsiedler dort, so können wir ihn auch nennen, der rückt sich auch ein bisschen kryptisch aus. Aber er scheint so ein bisschen halt, er scheint sich nicht stüren zu lassen von irgendwas. Er hat einen braunen Bart und trägt so eine beige Kutte. Und sieht an sich sehr, sehr freundlich aus auch. Und sein Haus ist so in diesen Hügel hineingebaut, sieht sehr hübsch aus. Aber er denkt, ja, ist so ein bisschen halt, lässt sich nicht so wirklich stören von den ganzen Umständen. Und der Scamdalf ist so ein bisschen, na gut, was? Und dann geht da ein kleines Stückchen weiter. Ja, er meint, er sucht nach Sternen über einem Hügel. Jetzt sind hier zwei Haarfüße durchgekommen, genau. Und ich such da diesen Stern. Er sucht nicht nach irgendwelchen Sternen, er sucht genau nach den Sternen über dem Hügel des Einsiedlers. Ja. Und zückt dann auch diese Sternenkarte, die er ja hat, aber die fliegt relativ schnell davon. Also die flattert ihm wirklich weg. Scamdalf dann hinterher, bis dieses Pergament dann in einem Baum stecken bleibt. Der so, also im Hintergrund sieht man zwar so ein paar irgendwie kleinere, aber der hier fällt halt wirklich auf, weil es weit und breit eigentlich der einzige richtige Baum ist in der Umgebung, ne? Ja, sehr, sehr groß, steht in so einem kleinen Tal. Und dann merkt er, oh, vielleicht ist ja einer der Äste der Stab, den ich suche. Und versucht, einen der Äste abzubrechen, aber wird dann von dem Baum quasi verschluckt. So, die Rinde öffnet sich ein bisschen und er wird in den Stamm hineingezogen. Und dann fliegt das Pergament wieder weg und so in Richtung Kamera. Und ich dachte ehrlich gesagt, da kommt jetzt die Hand von dem Einsiedler und fängt die Karte auf in so einem netten Reveal-Effekt. Aber das ist dann wohl doch nicht der Fall. Das wäre nett gewesen, aber vor allem frage ich mich, also Scandar wollte doch in erster Linie die Karte haben. Warum hat er sich die nicht genommen, sondern stattdessen angefangen oder versucht, diesen Zweig abzubrechen? Oder eigentlich schon Ast eher von dem Baum. Also das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, er spürt tatsächlich eine gewisse, oh, vielleicht ist es ja das. Weil ich meine, schließlich zeigen ja die Sterne hierher. Ja, ja, aber warum interessiert ihn die Karte plötzlich nicht mehr? Na, weil die Karte vielleicht denkt er, oh, jetzt hat die Karte ausgedient quasi. Ich glaube, das ist jetzt mein Ziel hier. Ich glaube, das denkt er. Also das fand ich ganz merkwürdig, wie der plötzlich versucht, da an dem Baum rumzudrücken. Das, das, nee, das hat sich mir nicht erschlossen. Er hat ja dann auch noch versucht, irgendwie den, den, den Baum zu beruhigen mit Quenya, ne? Was er dann ja schon in der ersten Staffel gemacht hat. Aber es bringt nichts. Er wird hineingezogen. Und wir landen dann aber nicht an der Stelle, wo er schon aus dem Baum rausgeholt wird, sondern bei denen, die er sucht. Nämlich Poppy und Nori, die erwachen, voller Staub sind. Also Nori, also hat's so zu Boden geschmissen und Poppy liegt aber wirklich so mit dem Kopf in so einem Strauch oder Busch auf jeden Fall und nur ihre Füße schauen raus. Das fand ich schon ganz, ganz amüsant. Ja, das war ein lustiges Bild, aber letztendlich dann, genau, die beiden, na toll, was machen wir jetzt? Scheint nicht übermäßig verletzt zu sein, was tatsächlich auch lustigerweise in der Lore begründet ist, was im Hobbit-Buch erwähnt wird, dass Hobbits tatsächlich sehr widerstandsfähig sind, was so Stürze angeht. Mhm, könnte ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Oh ja, ja, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich, wird da sehr prominent erwähnt. Die beiden denken sich, ja gut, was machen wir jetzt, wo sind wir jetzt eigentlich? Jetzt sollten wir wieder unseren Freund auch suchen gehen, aber dann werden sie, hören sie wieder in der Ferne Galopp und sehen dort einen Reiter. Mhm, jeder mit dem Augensymbol, ne? Genau, oh Mist, wir sollten hier weg, springen dann eine Anhöhe runter und landen auf einem kleinen Pfad und dort begegnen sie keinem weiteren Reiter, sondern einem weiteren, einer weiteren Geschalt in ihrer Größe. Ja. Ein Karren mit sich, ich glaube, er schiebt ihn oder zieht ihn. Genau, und dieser hat eine, ich mochte sein Design so gerne, hat so eine wilde Frisur und genau, ist ein junger Mann und da denken sie, oh Moment, du bist ja ein Haarfuß und da denkt sich, was ist ein Haarfuß? Weil die haben da eine andere Bezeichnung für sich. Ja, oder die sind auf jeden Fall keine Haarfüße eigentlich, ne? Also man muss sich ja dran erinnern, es gibt ja bei den Hobbits insgesamt drei Sippschaften, also die Haarfüße, die Falb heute, das habe ich sogar noch falsch gesagt im Staffel-Recap, da habe ich, glaube ich, Falhäute gesagt. Mhm. Und ja, Starren und die kommen jetzt hier zum Einsatz, das heißt, wir haben praktisch Proto-Hobbits, die hier aus irgendeinem Grund in der Wüste residieren und der hier, ja, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der Hellste, der stellt sich zwar so unbeholfen als Mary Mac vor, aber meint, dass ihn eigentlich alle niemand nennen oder nobody im Englischen auf jeden Fall, ne? Ja, er scheint keinen hohen Status zu haben innerhalb seiner Gemeinschaft. Auf jeden Fall merkt man, zwischen ihm und Poppy sprühen sofort die Funken, die scheinen einander sofort zu gefallen und Nori chipt da so ein bisschen amüsant dann so dazwischen. Ja, übrigens, ich bin Nori und was machen wir hier? Und dann sieht sie, dass er Wasser dabei hat und anscheinend hat er das von dem Brunnen entwendet, der eigentlich, ja, diesen Menschen zu gehören scheint und dann sagt sie, hol uns hier raus, sonst verpetzen wir dich. Also sie ist da so ein bisschen plötzlich direkt und er sagt eigentlich, wir sollen wir keine Fremden mitnehmen, aber dann nimmt er sie doch mit halt eher aus Angst als aus Gefälligkeiten und warnt sie dann vorher, dass es so viel Regeln gibt, wie man dann mit der Obersten des Stammes oder der Sippe oder wie auch immer reden soll. Ja, ihm rutscht raus, dass es ein Dorf gibt und dass Außenseiter dort gar nicht gern gesehen sind. Dann dachte ich mir so, hm, ja gut, die führen so ein bisschen die Xenophobie ihrer Anverwandten fort. Aber Poppy kann ihn dann doch irgendwie, also die nimmt ihn kurz so ein bisschen beiseite und macht ihm eine Ansage und der stellt ihnen dann, während sie dann da, das ist auch eine kurze Reisemontage, glaube ich, wie sie da langwandern mit ihm und der zählt ihnen dann vier Regeln auf, was den Anführer beziehungsweise die Anführerin bei ihnen angeht, die nur The Goont heißt, offenbar. Genau, und dann heißt so oder andere mal, don't call her Goont ist eine von den Regeln und dann letztendlich sagen die beiden dann so, waren das jetzt drei oder vier Regeln? Keine Ahnung, ich habe nicht wirklich zugehört. Ja, das fand ich ganz amüsant und es kommt halt sehr schnell durch, schon eben von dem, was er von sich gibt, dass der echt nicht gerade der hellste ist, weil der erzählt hat was von vier Regeln, zählt dann aber nur drei auf und die Nummer zwei ist statt die Nummer zwei einfach B. Das ist wie, das ist wie bei Kevin allein zu Hause, wenn er diese Aufzählung hat, so A, I not that lucky, two, bla bla bla, and D. Jedenfalls haben sie nicht wirklich zugehört, folgen dem dann in so einer Gebirgsspalte in das Dorf, was dort gelegen ist und ja, dann haben wir erneut eine Plansequenz, die uns mal so durch das ganze Dorf führt, ist technisch schon gut gemacht auf jeden Fall. Es ist da ziemlich belebt, da spielen Kinder, da ist ein Gemüsehändler zu sehen und sie sind alle, ja, natürlich ähnlich wie in Staffel 1 erneut sehr divers besetzt, allerdings sind hier, glaube ich, noch mehr, ja, Darstellerinnen, Darsteller mit dunklerer Hautfarbe, ne, auf jeden Fall. Ja, was ja auch in dem Sinne so ein bisschen Sinn ergibt von der Location her. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan von dieser Location irgendwie, jedenfalls bisher nicht. Ich fand irgendwie, weiß nicht, vielleicht dachte ich, das sieht ein bisschen zu sehr aus wie, ich weiß nicht, es sah für mich einfach ein bisschen zu sehr so generisch Set-mäßig aus. Ich war jetzt da nicht so der größte Fan von wie das da, keine Ahnung, es wirkte irgendwie, und ich meine, ja, das sind kleine Leute, aber auf mich wirkte das trotzdem alles so ein bisschen irgendwie klein und begrenzt. Was ich sehr mochte, war die Musik, denn hier macht Bear McCreary was ziemlich Cleveres. Nämlich die Instrumentierung erinnert schon an die der Haarfüße, die wir schon kennen aus Staffel 1. Aber es klingt ein bisschen exotischer und die Melodik nähert sich sehr dem Thema von Nori selbst an. Und damit schaffen sie gleich so eine nette musikalische Verbindung zwischen ihrem Charakter und diesem neuen Halblingsschlag, dem sie hier begegnet. Und das fand ich ziemlich cool. Ja, wir sehen dann ja auf jeden Fall auch, dass sie merken, also das sind zwar Hobbits, aber nicht welche, die Nomaden sind, sondern welche, die sesshaft geworden sind. Und zwar in Höhlen. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff sogar fällt, Smialz. Also das ist ja der Ausdruck, den die Hobbits benutzen für, ja, eben ihre Höhlenbehausungen, die ja dann hier den Ursprung haben. Und es ist aber schon irgendwie, also im Hinblick auf die Lore ist es ein bisschen seltsam, dass sie sich jetzt hier gerade diesen Hobbitschlag für Höhlen ausgesucht haben, weil das sind nämlich, also die Starren sind nämlich gerade die, die auch unter anderem in Häusern leben. Ja, aber da kann ja eben dann während der Evolution sozusagen noch eine Menge passiert sein. Und jeder fängt irgendwie mal klein an. Ja, ja gut, dass sie jetzt hier in der Wüste leben, obwohl die Starren eigentlich sehr wasseraffin sind. Naja. Das kann ja alles noch kommen. Ja, natürlich, aber ich weiß auch nicht. Ja gut, das liegt halt daran, ich bräuchte die hier überhaupt nicht. Also das ist wieder so, naja. Jedenfalls stoßen sie dann relativ schnell auf das Oberhaupt des Dorfes. Und das ist ja, wie wir schon gehört haben, eine Frau. Gunda Bale heißt die, glaube ich. Und die stellt dann direkt klar, nee, wir sind keine Haarfüße, wir sind Starren. Und ja, die springen dann auch nicht so toll mit diesem Mary Mac um, was man aber auch verstehen kann, weil, naja, der hat ja eigentlich seine Vorschriften, dass er hier keinen reinlassen soll. Und, also ich meine, die haben jetzt ihn auch nicht, wer weiß, wie bearbeitet, aber der ist halt wirklich ein Holzkopf, habe ich das Gefühl. Ja, so ein bisschen. Es scheint so ein bisschen der Dorftrottel zu sein und so ein bisschen so das Dorfopfer. Was hier ein sehr lustiges, fand ich, eine sehr lustige Stelle ist, weil sie dann, weil Nori dann sofort im Prinzip so verbal zurückgibt und dann, und dann die und die Oberste dann im Prinzip, did you just talk back sass to me oder sowas in der Art? Also hast du mir gerade so widersprochen. Und dann steht da Mary Mac, oh, what was the form? Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, das, ja, ja. Also die, die hacken ja direkt irgendwie auf, auf Mary Mac rum und nennen den tatsächlich Nobody, ne? Und, äh, äh, der erklärt denen dann, ja, sie, 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 sie braucht einen Versteck und, äh, die meinten dann so, ja, es ist auch wirklich klug, dass, äh, alles, was Beine hat in der Wüste, sucht die zwei hier und, äh, wir beherbergen die jetzt hier ausgerechnet. Und, äh, dann, äh, will, äh, Gunda Bail, äh, die schon ordentlich angepisst ist, dass Nori ihr überhaupt einen Grund gibt, warum sie sie eigentlich nicht ausliefern sollten. Und dann kommt Nori um die Ecke mit, ja, wir sind lange gereist über Berg und Tal und was weiß ich, wo wir übrigens nichts von gesehen haben, aber okay, um, äh, Scam Dive zu helfen und, äh, dann so, ja, wer, 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 wer ist denn euer Freund da, äh, dem ihr da irgendwie helfen wollt, sein Schicksal zu finden oder was auch immer. Ja, das, das ist ein Rieser, aber es ist kein Elf. Also, äh, also, die, die Stachen nennen es dann irgendwie Grand Elf, beziehungsweise Grand Elf, die verschlucken das so ein bisschen. Und, äh, ja, wenn das kein Foreshadowing war, dann, äh, weiß ich auch nicht. Also, ne, von der Sprache her auch. Nein, es ist, äh, kein Elf, klärt Nori sie dann auf. Es ist ein Zauberer, was dann aber sogar noch schlechter ankommt. Denn, äh, die kennen hier nur einen einzigen Zauberer und, äh, das ist bekanntlich dieser, äh, Dark Wizard. Ich hab ihn, äh, mittlerweile übrigens, äh, Saru Maybe getauft. Oh, das ist nice. Freunde, also, welche, die mit dem im Verbund sind, können sie erst recht nicht gebrauchen und deshalb, äh, sollen sie, äh, festgesetzt, äh, und, äh, gefesselt und, ja, geknebelt nicht werden, aber gefesselt auf jeden Fall. Genau. Äh, ja, diese ganze Sequenz, ja, gut, ich weiß nicht, ich find diese Haarfüße, äh, die, diese Hobbits, ob man die jetzt noch mal braucht, wie die jetzt dargestellt werden, ist ganz nett. Ich, ich mag das, wo es im Verlauf der Folge hinführt, letztendlich. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt kein großer Fan von der Location selbst. Ich bin da einfach auch nicht so besonders wüstenaffin und so. Ja, aber, äh. Sie haben jetzt auch nicht unbedingt so die typische Wüstenkleidung an. Also, wenn man jetzt mal überlegt, die Hobbits sind ja bekannt dafür, dass sie irgendwie schnell und geräuschlos verschwinden können und, äh, nicht entdeckt werden wollen. Und dann denk ich mir so, warum tragen die ja alle förmlich Kanarien gelb? Also, äh, wenn man, wenn man in der Wüste unterwegs ist, dann will man sich doch eher tarnen, gerade wenn man dem großen Volk aus dem Weg gehen will. Und das machte für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, die, die Haarfüße in der ersten Staffel, die hatten Kleidung an, die jeweils gut auch zu den Umgebungen gepasst hat, wo sie unterwegs waren. Ja, und die hatten natürlich auch ihre, äh, ihre Wagen, die sie ja auch irgendwie so tarnen konnten und so, ne? Das, das war ja echt noch ganz nett, als sie eingeführt wurden in der ersten Staffel. Und hier, ja, ich muss sagen, also auch mit, ich mein, klar, du, du, du meintest jetzt, äh, jetzt in Hinblick auf die diverse Besetzungen, hier macht das natürlich mit der Umgebung Sinn, aber da hätte man dann auch konsequent bleiben können, weil, äh, es sind dann doch ein paar, die, äh, anscheinend mit kaukasischen Schauspielerinnen, Schauspielern besetzt wurden und die machen dann in der Umgebung hier eigentlich gar keinen Sinn, weil wie sollen die denn hier überleben? Also, dass das hier wieder als so ein, als so ein Melting Pot dargestellt wird, äh, funktioniert für mich gar nicht. Also, das war für mich in der ersten Staffel, wirkte das schon sehr willkürlich und so nach, äh, ja, weiß nicht, man weiß ja, was, was Amazon für so Auflagen hat, was, äh, Diversität betrifft. Und das wirkt halt hier so ein bisschen echt wieder wie, äh, äh, Quoten auf einer Liste irgendwie abhaken. Also, diese, diese, diese Pflichtschuldigkeit dahinter, die, die stößt mir einfach echt ein bisschen auf. Also, es ist nicht so, also, ich, die, die anderen Haarfüße hab ich ja irgendwann wirklich schon, äh, abgrundtiefer abscheut, wie du dich erinnern wirst. Äh, hier ist das nicht so vielleicht, weil die ja auch nicht so, äh, auf so einem, auf so einem, äh, Proto-Fascho-Trip sind. Naja, äh, wir, äh, landen als nächstes in, äh, Karas Gär, äh, wie wir ja gelernt haben. Ich hatte auch echt nochmal nachgeguckt, äh, der Ort muss komplett erfunden sein. Äh, du meintest ja schon, also, wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie so Tempelanlagen, wie man die auch in einem Zelda-Spiel haben könnte, ne? Ja. Und hier ist dann, äh, der oberste, äh, dieser Reiter, beziehungsweise, ich, ich glaub, irgendwie Brank oder Brenk heißt der. Ja, ich glaube, Brenk ist das genau. Und der sagt, der berichtet davon, ja, der ist sehr viel mächtiger, als wir dachten. Genau. Hat zwei meiner Männer getötet mit diesem Sturm. Und, äh, er bewegt sich vor allem auch, äh, gen Norden zum Einsiedler hin. Oder zum Eremit oder so nennen sie ihn, ja. Irgendwie Hermit oder so, ne, glaube ich. Ja, das ist im Prinzip, im Prinzip ist das Einsiedler-Eremit irgendwie das, äh. Ja, und, äh, das Sternbild, äh, in der ersten Staffel hieß ja auch schon der Hut des Einsiedlers anscheinend, ne? Und ich, ich meine, da hätte ich auch zu dir gesagt, das passt eigentlich weniger zu Gandalf, sondern mehr zu demjenigen, welchen, der jetzt hier gleich kommt. Aber, äh, wir bleiben noch kurz bei dieser Szene, wo, äh, ja, Kiaran Heinz eigentlich immer noch auf seinem Thron sitzt und zwischendurch dann mal kurz aufsteht. Denn, äh, er will wissen, äh, was mit den Halblingen ist. Und ich muss sagen, das fand ich ein bisschen unfreiwillig komisch, weil, äh, Brink, also das ist natürlich eine total ernste Szene, aber bei Brink hatte ich wirklich so das Gefühl, dass er praktisch sagt, ja, wir durchkämmen die Wüste. Oh nein. Also so a la, a la Spaceballs. Hier gibt's nicht mal Scheiße, Sir. Genau. Ja, ja, das ist sein Name. Sir, äh, 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 Major Arschloch. Ich bin nur von Arschlöchern umgeben, ja. Das denkt sich wahrscheinlich auch, äh, Sarah Maybe. Äh, denn der macht ihm jetzt, äh, die Ansage, also Brink, dass sie sich um die Halblinge kümmern sollen, äh, während er, äh, sich höchstpersönlich das Easter annehmen wird. Äh, was mich dann da allerdings so ein bisschen wundert, warum spricht er, also gut, es kann ja sein, dass er sich selber nicht als Easter zu erkennen gibt, aber wenn die dann merken, ja, der eine ist ein Zauberer und der andere ist ein Zauberer, ich glaub, dann könnten die schon drauf kommen, dass das so eine, ich sag jetzt mal, Gattung ist. Mhm. Ja, Kiaren Heinz, äh, hat bisher nicht sonderlich viel zu tun. Er ist so ein bisschen, äh, wirkt so ein bisschen wie der Thanos hier, ne? Also sitzt erstmal ewig rum. Aber deshalb, genau deshalb besetzt man solche Rollen ja oft mit dieser Art von Schauspielern, wo du halt, du hast oft nicht viel Zeit mit den Bösewichten und du musst quasi Shorthand benutzen. Und deshalb hast du entsprechende Schauspieler, die dann sehr, sehr schnell einfach durch ihre schiere Präsenz, äh, alles Nötige rüberbringen, weil die Szenen einfach zu kurz sind. Ja, er schafft es auf jeden Fall mit, also, Kiaren Heinz, äh, da merkt man, der ist halt auch erprobt mit, äh, seiner Stimme. Und die Stimme, äh, ist ja auch ein Aspekt, der nicht unwichtig ist bei Saruman. Und wenn du dir ihn jetzt ansiehst, er sieht halt einfach wie ein jüngerer Saruman aus. Und auch sein Stab ähnelt sehr dem von, von, äh, Christopher Lee in, äh, beiden Trilogien. Sein Stab, der ja wirklich so ähnlich auch aussah, äh, wie der Turm Orthank. Da ist, die Ähnlichkeit ist mir aber nicht aufgefallen mit dem Stab. Okay. Aber da haben sie sich hier noch ein bisschen zurückgehalten. Ja, also, auf mich wirkt das schon sehr eindeutig, wer er ist. Aber, äh, wir, äh, also, das ist ja nur eine kurze Szene, denn wir kommen zu Scamdalf, der immer noch, äh, im, äh, Baum feststeckt. Bis dann dieser besagte Einsiedler kommt. Ja, und dem Baum befiehlt, ihn rauszulassen. Und, äh, selbst wer nicht wusste, wer das hier sein soll, äh, schon in der vorherigen Szene, ne, bei dem dürfte spätestens jetzt der Groschen gefallen sein, obwohl eigentlich schon vorher, ne? Ja, weil er benutzt im Prinzip, du lässt ihn raus, du solltest nicht wach sein, ist Erde, Trinkwasser, geh schlafen. Und dann lässt der Baum ihn frei. Das dürften, äh, Filmfans, äh, am allerersten noch aus, äh, die zwei Türme kennen. Da ist ja eine Szene stark angelehnt an das aus dem Buch, was dann im Film rausgelassen wurde. Also, wo, äh, Baumbart da dem, dem Baum befiehlt, die beiden Hobbits da freizulassen. Da sagt er wortwörtlich genau das hier, ne? Ja, genau. Aber Buchfans kennen das natürlich noch ganz woanders her. Richtig, und, äh, der Fremde stellt sich dann, also der andere Fremde, stellt sich dann auch, äh, letztendlich vor mit, äh, ja, man nennt mich, äh, Tom Bombadil. Mhm. Und, ähm, gespielt wird er von Rory Kinnear. Mhm. Welche die meisten vor allem kennen dürften aus Tenor, aus den letzten paar James-Bond-Filmen mit Daniel Craig. Genau, äh, da ist er so ein Assistent von M, glaub ich, ne? So ab Bantum Trost. Genau, er hat so eine, ja, eine mannigfaltige Karriere gehabt. Und als er angekündigt wurde in der Rolle, dachte ich erst, ha, wirklich? Also, ich fand nicht unbedingt gleich sofort, nein! So, ich fand so ein bisschen, ha, damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet. Mhm. Aber die Art und Weise, ich muss ganz ehrlich sagen, wie er hier, wie er hier aufgemacht ist und wie er das spielt, ich fand das doch ziemlich entzückend, muss ich sagen. Ja, also, als er sich da schon in der anderen Szene vorher das erste Mal umdreht, dachte ich mir so, ja, vom, ich mein, also, das Gesicht von, von Bombadil wird ja im Buch so beschrieben, dass er, äh, Wangen hat wie so ein reifer Apfel, ne? Und irgendwie so, so, äh, tausend Lachfalten. Den reifen Apfel hab ich bei Rory Kinnear gesehen, die tausend Lachfalten absolut gar nicht, muss ich sagen. Noch nicht ganz, aber er hat so ein Twinkle in seinen Augen. Ja, das schon. Er hat da etwas, etwas ist da in seinen Augen, so dieses, etwas so leicht Schalkhaftes. Und das geht auch eigentlich die ganze Zeit nicht weg. Und das fand ich dann doch sehr schön, weil das, das Problem ist, die ersten paar Promofotos, du kannst nicht diese Promofotos von Tom Bombayil zeigen, wo er da nicht lächelt. Ja. Die hätten sich da, die hätten sich andere Sachen, und der, der, der hat durchaus ja seine ernsten Momente auch im Buch. Trotzdem ist das vielleicht dann nicht der beste Ersteindruck, den man haben konnte. Und damit können wir dann direkt dahin kommen, inwiefern das hier jetzt reinpasst oder nicht. Ja. Und womit vielleicht Leute Probleme haben könnten. Ja, und wir sollten vielleicht auch, äh, noch mal ein bisschen aufklären, wer jetzt eigentlich genau Tom Bombayil ist. Äh, das ist ja, äh, die Figur, die Peter Jackson, äh, aus seinen Filmen restlos rausgestrichen hat. Weil man muss ja dazu wissen, die Hobbits gelangen ja nicht, äh, vom Auenland direkt nach Bray, sondern, äh, geraten erst in den alten Wald, äh, wo sie dann auch die Bekanntschaft eines Baums machen, der hier aber anders genannt wird. Ich glaub, irgendwie Old Man Ironwood, äh, nennt ihn dann Tom Bombayil. Genau, ein anderer Baum. Äh, im Buch heißt der Old Man Willow, also der alte Weidenmann. Das ist, äh, ziemlich ähnlich wie hier. Ja, und dann kehren ja die Hobbits, äh, bei ihm ein. Und, ja, Tom Bombayil ist so eine der mysteriösesten Gestalten, die sich Tolkien jemals ausgedacht hat. Bis heute wissen Buchleser eigentlich gar nicht wirklich, was der soll. Und viele haben ja eine ganze Zeit lang auch vermutet, dass er eigentlich so, ja, äh, eigentlich ein Sinnbild für Eru Eluvatar ist. Also wirklich den, den, den allmächtigen Vater, der noch selbst über den Valar sitzt. Das hat aber Tolkien, äh, verneint, äh, zu Lebzeiten. Und, äh, ja, er ist wirklich ein Mysterium, was er bewusst offen gelassen hat. Und was dann aber Peter Jackson, äh, aus dramaturgischen Gründen einfach gestrichen hat. Weil, naja, er ist irgendwo auch ein Bremsklotz für die Handlung. Ja, jetzt letztendlich, sie, sie kommen zu ihm, die Hobbits, äh, im Buch. Und dann stoppt der Plot für so ein paar Kapitel quasi. Und es ist einfach nur, und jetzt viben wir mal ein bisschen. Und es ist so ein bisschen Worldbuilding. Und wir lernen Tom Bombayil kennen. Wir lernen seine, äh, Frau kennen, Goldbeere, Tochter des Flusses, die im Buch vorkommt. Und, äh. Genau, die hier kurz angedeutet wird. Ja, genau, ein kleines bisschen später. Und, ähm, äh, und, und letztendlich erfährt man dann auch in diesem, äh, in dem, in dem Buchkapitel, dass er anscheinend sehr mächtig ist. Denn der Ring hat keinen Einfluss auf ihn. Er nimmt, äh, er sagt zu Frodo, könnte ich den Ring vielleicht mal haben? Und dann steckt ihn auf den Finger, wird nicht unsichtbar. Dann lässt er den Ring verschwinden und wieder auftauchen. Und Frodo denkt sich, uch, was ist jetzt mit dem Ring los? Steckt ihn selber an, einfach um zu gucken, ob er noch funktioniert. Wird unsichtbar, aber Tom kann ihn sehen. Und er, äh, stellt sich auch, und darauf kommen wir dann auch gleich an. Gleich noch zu sprechen, ähm, denn nämlich letztendlich nimmt er ja den Fremden mit sich und, äh, gibt ihm, gibt ihm einen Bart, wo wir dann auch kurz eine Sing-, eine weibliche Singstimme kurz hören, wo man denkt, wo auch der, der Fremde dann denkt, ey, ist da irgendjemand bei dir? Und das ist so alles so ein bisschen vage. Und dann stellt er sich, und damit hatte ich ein bisschen ein Problem, weil dann stellt er sich so ein bisschen unmotiviert vor, in der Art und Weise, wie er dann, er benutzt halt genau die Worte, die er auch im Buch sagt, wo er dann halt von sich selber sagt, ich bin der Älteste. Ja. Und, äh, Tom war hier vor dem ersten, vor der ersten Eichel, vor dem ersten Vogelgesang oder was auch immer halt. Und Tom hat alles schon gesehen. Und das ist auch etwas, was er im Buch sagt, aber dort ist es so ein bisschen besser eingeleitet. Und hier wirkt es einfach so ein bisschen, ja, wir mögen die Zeilen und die sollen hier rein. Ich finde, die hätten das ein bisschen besser vorbereiten können. Ja, das hätte man mehr adaptieren sollen und nicht eins zu eins übernehmen. Ist ja, ich habe kein Problem damit, dass er so den Text sagt. Ich wünsche halt nur, es wäre ein bisschen, mit ein bisschen besserer Motivation letztendlich, weil. Oder man hätte es einfach ein bisschen besser in dieses Setting irgendwie einarbeiten können oder, äh, also das ist halt wirklich wortwörtlich aus dem Buch. Das mag hier bei dem Baum noch okay sein, aber hier so im Dialog wirkte das nicht so, so stimmig auf mich. Äh, sie spielen übrigens auch ganz kurz auf das, was im Buch ist, an. Äh, du hattest ja schon seine Frau Goldbeere erwähnt und die ist ja die Tochter der Wasserfrau des Flusses Weidenwinde, äh, im Alten Wald. Also der ja, äh, nahe des Auenlandes gelegen ist. Und das ist ja der Fluss, der sich quer durch diesen, diesen Wald zieht, ne? Mhm. Äh, aber Goldbeere wird wirklich nur ganz am Rande angedeutet. Also Tom meint dann ja irgendwie auch so im Off so, ach ja, sei doch nicht so schüchtern. Sie ist vielleicht in irgendeiner Art bei ihm, aber auch nicht ganz. Nämlich, äh, das ist nämlich auch ein Punkt, warum ist Tom eigentlich hier? Ja. Und nicht, äh, nicht in dem Ort, äh, mit dem wir ihn eigentlich so verbinden, was dann ja eben halt dieser, dieser Landstrich ist zwischen Bre und dem Auenland. Und letztendlich, ich hab nochmal alles genau gründlich nachgeguckt und durchforstet, es ist nicht begründet, dass er sein Reich nicht verlassen kann. Mhm. Er kann durchaus herumreisen. Letztendlich seine Abenteuer, es gibt ja auch ein separates Buch, so ein kleines, so ein kleines Gedichtband über Tom Bombadil. Nämlich, er ist ein Charakter, den Tolkien schon vor Hobbit und Herr der Ringe erdacht hat. Das Buch ist von 1934 bereits, das ist sogar vor dem Hobbit entstanden. Und den Charakter hat er dann halt einfach eingebaut in Herr der Ringe, äh, mehr oder weniger. Was man auch merkt, ne? Ja. Ja, kommt dann auf den Standpunkt an. Aber, ähm, ja, und dort erlebt Tom einige Abenteuer und geht auch ein bisschen über die Grenzen seines Reiches hinaus. Also, er sagt zwar am Ende, wenn er sich von Hobbits verabschiedet, er wird sein Reich nicht verlassen, aber ich glaube, das liegt jetzt nur an den momentanen Umständen, weil er kann, unter anderem, er kann nach Bre, er kann da bis nach Bockland und er ist nämlich auch bekannt mit dem Bauern Maggot, äh, mit dem er auch schon lange Gespräche geführt hat und ein kleines Abenteuer erlebt hat. Also, es ist nicht abwegig, weil nämlich er begründet es auch, warum er hier ist, weil er nämlich, äh, früher war hier alles grün und jetzt ist alles Wüste und ich musste mal herkommen, um das selbst zu sehen. Und das heißt, ich schätze, da hat sich dann halt einfach, ist hierher gewandert oder wie auch immer er hierher gekommen ist und hat sich dann hier so ein bisschen einfach eingerichtet und ist für ein bisschen länger geblieben. Das finde ich an sich nicht schlimm, das begründen sie so ein bisschen, weil, wenn es jetzt irgendwie wäre, oh, er ist dahin gebunden. Es ist nur in dem Sinne so ein bisschen schade, weil ich ihn halt tatsächlich gerne wirklich in seiner vollkommen natürlichen Umgebung gesehen hätte. Also, Tom Bombadil ist eventuell das mächtigste Wesen Mittel-Erdes überhaupt, aber nur in seiner Blase, also eben in, äh, dem Gebiet, äh, am Alten Wald. Da, äh, hat er nur seine volle Macht und, äh, ja gut, ich, ich hätte, ja gut, die haben jetzt halt den Ring nicht hier drin, äh, weil es wäre schon interessant gewesen, wenn er den halt hier aufstecken würde und dass er dann, äh, doch unsichtbar wird, ne? Ha, ja, das spielt halt jetzt noch keine Rolle. Nee. Letztendlich sehen wir aber, dass er auch noch Macht hat, äh, vielleicht hat er nicht seine volle Macht, aber wir sehen, dass er ein bisschen zaubert. Ja, definitiv. Er zündet mehrere Kerzen gleichzeitig an in so einem schönen Effekt und dann verwandelt er, glaub ich, ein Salatblatt in ein Stück Brot, also irgendetwas verwandelt er in ein Stück Brot. Ja, die Karte, die Karte, die Karte von, äh, die Karte! Genau, die spießt er auf und, äh, reicht die dann, äh, Scamdalf rüber und der ist, merkt auf jeden Fall, dass der übernatürlich ist und vor allem setzt sich dann Tom, äh, hin, muss gähnen und, äh, als er gähnt, lodert das Feuer im Kamin für einen Moment richtig groß auf, äh, so sehr, dass dann auch, äh, irgendein Schaf, was da, äh, bei ihm ist, anscheinend Angst kriegt und das, äh, fand ich, äh, ganz interessant, da war ich auch so am überlegen, weil, ähm, ich, äh, also, ist, ist dir der Name, äh, äh, aufgefallen, den Tom da erwähnt, als er diese Schaf da hochhebt? Oh, ich, ich hab ihn nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass er mir aufgefallen ist. Äh, Arwine oder so ähnlich, Arwine, äh, richtig, äh, und, ähm, also, äh, man denkt eigentlich erst, das ist das Schaf, was er irgendwie so beruhigen will. Aber ich glaube, dass er das vielleicht sogar eher zu sich selbst sagt, weil Arwine Ben-Adar ist nämlich der Name, den die Elben für Tom Bombadil haben. Man muss nämlich wissen, jedes Volk hat einen eigenen Namen für Tom Bombadil. Ich glaube, also, der Name Tom Bombadil, der kommt, glaube ich, sogar von den Hobbits aus dem Bockland, soweit ich weiß, oder von den Menschen von B, eins von beiden, ja. Ja, jedes Volk, sogar die Zwerge haben einen Namen für ihn, aber alles, äh, alle Bedeutungen gehen immer zurück auf im Prinzip der Älteste oder der, der alt ist. Und, und so weiter. Genau, der, der, der Vaterlose und so weiter, ne. Ja, das ist auch einer. Er ist ja wirklich, er ist ja wortwörtlich das Urgestein in dieser Welt und, äh, das merkt dann auch Scamdive, äh, von wegen, ja, hier, ihr, ihr beherrscht den Wind, ihr beherrscht die Bäume und das muss ich sagen, das fand ich sehr schön, als er, das sagt von wegen, also hier, ihr kontrolliert alles Mögliche, als würde es euch gehören. Und dann sagt Tom zu ihm, so, äh, relativ beiläufig, ja, alle Dinge gehören sich selbst. Ja. Und das ist wortwörtlich aus dem Buch, aber nicht von ihm, sondern von Goldbeere an der Stelle tatsächlich. Genau, genau. Und ein, das war schön. Und der Teil seines Songs, lustigerweise, ist etwas, was tatsächlich Frodo zu Goldbeere sagt. Nämlich, äh, äh, Frühling, Sommer und dann wieder Frühling, halt so in der Art geht der Text. Und das ist eigentlich etwas, was Frodo sagt, der so ein bisschen inspiriert wird dann von Tom Bombadil und, äh, das so ein bisschen fortführt sozusagen. Und eben, das Ding ist halt auch, als ich dann im Vorfeld gehört habe, Tom Bombadil kommt hierher, dachte ich mir, wie genau setzt man den dann um als Figur? Weil er ist selbst im, ich meine, im Buch, da ist er noch in der Nähe vom Auenland und es ging zwar schon ein bisschen düsterer zu, aber selbst im Buch fällt er so ein bisschen aus dem Rahmen mit seinem Verhalten, weil er, er stopft da herum und tanzt und singt, spricht ganz viel in Reinen, blödelt viel herum. Und da dachte ich mir, wie macht man das jetzt für diese Art von Serie? Weil ein Teil von mir hat sich gewünscht, sei so komplett random, so was komplett Neues, was so total aus dem Rest der Serie fällt oder all. Das, das, das wäre so richtig schön radikal und nice gewesen. Andererseits denke ich mir aber auch, dass die Schöpfer, als sie sich gesagt haben, wir wollen ihn, äh, adaptieren für unsere Serie, ich denke, die standen halt extrem von dem Dilemma, weil sie sich dann sagen, wie machen wir es? Und, und ich finde, sie haben ihn angemessen angepasst. Hm, naja, da bin ich anderer Meinung. Ich finde, ehrlich gesagt, also bis hier auf diesen Aspekt, dass er jetzt hier in der Wüste ist, geben sie dem Ganzen nicht wirklich eigene Impulse zum einen, wie ich finde. Wirklich ein Großteil seines Dialogs ist einfach eins zu eins aus dem Buch übernommen. Äh, wirkt hier auch nicht so richtig konsistent im Zusammenspiel mit dem, äh, Scamdalf. Ähm, und zum anderen finde ich auch, dass sie ihn so rein optisch, also ist jetzt nichts gegen, äh, Rory Kinnear, der an für sich ein wirklich toller Schauspieler ist. Man denke da nur, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den letzten Film, den Alex Garland gemacht hat, dieses, äh, Horror-Ding Man. Äh, da spielt er ja alle männlichen Rollen und zwar wirklich verschiedenste und das macht der ganz, ganz großartig. Also, der ist ein wirklich guter Schauspieler, aber so richtig, also, angenommen, es wäre jetzt einfach nur so ein random, äh, Einsiedler oder Waldschrat, dann wäre das alles okay. Aber für mich ist das einfach nicht Tom Bombadil. Allein schon, weil der so von der Erscheinung her auch echt ein bisschen, ja, fast ein bisschen weichgespült wirkt, weil es heißt im Buch, der ist, der ist größer als die Hobbits, aber trotzdem nicht, nicht normal gewachsen und vor allem ist er ziemlich bullig und, und massig und da wirkt Rory Kinnear wirklich ein bisschen, ja, weichgespült in der Hinsicht, finde ich. Es gibt auch viele Zeichnungen von Tom Bombadil, die ihn dann nicht, die nicht so super halt mit dicken Bauch und so weiter zeigen. Also, es gibt schon verschiedene Interpretationen davon. Und vor allem, wir sehen ihn ja auch nicht in dieser Folge, noch nicht in seinem, äh, kompletten Outfit. Ja. Äh, wir sehen, wir sehen seine, seinen Mantel im Hintergrund hängen, aber, äh, letztendlich, wir sehen ihn hier noch nicht mit Hu, noch nicht mit seinem Mantel, die Stiefel sind vielleicht ein bisschen angedeutet, äh, und deshalb ist das alles noch so ein bisschen vage mit ihm alles. Ich finde vor allem halt, wo, wo, was letztendlich halt wichtig ist, ist dann so die Performance und die Ausstrahlung und ich finde eigentlich, das macht er im Rahmen der Serie, was sie dann halt willens waren, dem Charakter zu geben, finde ich, machte das alles sehr schön und vor allem charmant. Das ist halt nicht so dieses komplett so in your face, hohoho, aber man hat die ganze Zeit, er hat die ganze Zeit so dieses, dieses, dieses muntere Funkeln in den Augen und ich finde gerade von der Stimme her funktioniert das sehr, sehr schön mit ihm, mit seiner Musik funktioniert das toll und ich fahre einfach, ich so als der, der Fanboy, ich fand's einfach schön, diese Figur mal in irgendeiner Form adaptiert zu sehen. Mhm, ja, also ich war so ein bisschen, also es liegt, es liegt auf keinen Fall am Schauspieler oder so, aber ich fand die Umsetzung ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen uninspiriert, weil sie halt wirklich kaum was, was eigenes drin haben. Ja, das, das Problem, das ich habe, ist, es wirkt einfach ein bisschen zu brav, es ist wirkt nicht besonders mutig, es ist einfach nur, wir möchten ihn gern benutzen. Wir wollen ihn drin haben, um ihn drin zu haben, so wirklich wie, wie mit den Hobbits eigentlich, ne? Ja, ist ein bisschen schade und nämlich, ähm, äh, das Ding ist eben auch, äh, mit einem, mit einem Freund, wir hatten darüber gesprochen, wenn Tom Bombadil auftritt, was wäre so unsere Wunschbesetzung und da kam er sofort um die Ecke mit Matt Barry. Mhm. Und ich denke mir, das wäre absolut perfekt gewesen, halt Matt Barry, die meisten werden ihn kennen vielleicht aus, ähm, der, äh, What We Do In The Shadows Serie. Okay. Ähm, wo er einen der Vampire spielt, andere werden ihn kennen vielleicht als den, als den zweiten Boss in der Serie IT Crowd. Mhm. Er ist, äh, in verschiedenen Sachen, äh, wundervoller, sehr, sehr, äh, witziger Schauspieler mit so einem ganz besonderen Look und so einer ganz besonderen Stimme. Und ich finde, der hätte da richtig geil gepasst. Äh, und der wäre dann aber auch wirklich komplett so aus dem Rahmen gefallen. Aber das wäre auf jeden Fall ein buchenäherer Tom Bombadil gewesen. Äh, ja gut, der wäre dann wahrscheinlich aus der Tonalität herausgebrochen. Ich meine, die Serie ist ja schon eigentlich ziemlich ernst und es wäre, ja gut, ich, ich fände's, ich hätt's trotzdem interessant gefunden, wenn sie hier einen tonalen, also wirklich einen totalen tonalen Bruch gehabt hätten, aber den trauen sie sich nicht so wirklich. Also selbst der Gesang von dem ist auch eher so verhalten von, von, äh, Rory Kinnear. Ja, mit ihm ist es so ein bisschen eher so dann die, die etwas melancholischere Stimmung. Nicht komplett traurig, aber doch etwas, ähm, ja, wie gesagt, etwas, etwas zurückhaltender. Und diese Momente hat Tom Bombadil durchaus auch im Buch, so ist es nicht. Und er ist, und er ist weise und er weiß, wann auch mal ernst sein muss. Also das ist alles begründet in der Figur, aber halt, äh, sehr viel mehr kriegen wir davon jetzt so noch nicht zu sehen. Und, ähm, letztendlich sagt er dann, ja, es kommt zu einem längeren Dialog zwischen den beiden. Genau, äh, Scamda, Phil, nämlich, dass Tom Bombadil ihm diese Magie beibringt. Ja, womit wahrscheinlich auch viele ein Problem haben werden, weil, äh, es ist ja nie so, dass, also Tom Bombadil ist ja keine Mentorfigur oder sonst was. Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe es wirklich geahnt, was sie hier mit ihm wachen werden und dass es auch nicht sehr viel weiter darüber hinausgehen wird. Aber, weiß nicht, Gandalf muss ja nicht ausgebildet werden und schon gar nicht von Tom Bombadil, der sich eigentlich auch die ganze Zeit immer nur um sich selbst kümmert. Also, äh, ich habe jetzt auch nochmal nachgesehen, es fiel mir auch nochmal ein, als die dort beratschlagen, was sie mit dem Ring, äh, anstellen wollen, äh, als sie bei, bei Elrond in Bruchthar sind, jetzt in Herr der Ringe, da kommt auch mal der Gedanke auf, ja, könnte Tom Bombadil nicht den Ring kriegen und, äh, dem bei sich beherbergen und, ja, der ist das mächtigste Wesen Mittelerdes. Gandalf meint dann auch, glaube ich, sogar, angenommen, Mittelerde geht komplett hops, dann ist Tom Bombadil das allerletzte, was dem zum Opfer fallen wird. Also, der wird am längsten Widerstand leisten können. Ich glaube, ähm, Glorfindel sagt das sogar. Genau, richtig, der ist, ja, ja, genau, der ist auch dabei. Also, da kommt dann eben der Gedanke auf, ja, könnte der den nicht an sich nehmen und Gandalf verneint das dann aber, weil er meint, also, erstens würde er es wahrscheinlich nicht wirklich ernst nehmen. Ja. Und zum anderen würde er den Ring wahrscheinlich irgendwann vergessen oder sogar wegwerfen, weil er absolut gar keinen Bezug dazu hat. Ja, weil er sich nicht dessen bewusst ist, wie wichtig das eigentlich ist. Genau, er steht so außerhalb von allem und er ist einer, der durchaus das Herz am rechten Fleck hat und der hilft. Aber ja, er ist so, er steht einfach außerhalb so komplett. Und er ist halt sehr mächtig. Also, es wird ja, es wird ja vermutet, dass er eventuell dasselbe sein könnte wie Saruman und Gandalf, also ein Maja, ne? Ja, und letztendlich ist er sehr viel, so laut Tolkiens Briefen und so weiter, ist er sehr viel weniger ein Charakter als vielmehr eigentlich eine Idee von einem bestimmten Zustand von ihm. Genau, ein Konzept. Und ein Konzept, was ich auch sehr befürworte und sehr, 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 sehr schön finde. Und deshalb ist, und das ist auch einer der Gründe, warum ich seine Kapitel im Buch so mag, weil das, ich, ich hab sogar halt bei verschiedenen, ähm, so Fantasy-Chats, die ich mit Freunden und so mache, ich hab immer versucht, teilweise da Figuren zu kreieren, die so in die Richtung gehen. Halt nicht exakt von Bombadil, aber die auf jeden Fall so diesen Tom-Bombadil-Vibe versprühen sollen. Jedenfalls will, äh, Scamdalf was von ihm lernen und fragt sich dann auch, also ich glaub, sie hören dann draußen auch mal kurz irgendwie Pferde wiehern, ne? Ja. Und, äh, Scamdalf, äh, registriert dann so langsam, oh, ich sollte gar nicht die, die, die Sterne finden, ich sollte euch finden. Und der soll ihm jetzt irgendwie was beibringen und dann offenbart dann Tom, ja, ihr seid auch nicht der erste E-Star, äh, der, der zu mir gekommen ist. Äh, vor Jahren war hier schon mal einer, ja, und wer ist das natürlich? Der dunkle Zauberer. Ja, und was wurde aus dem? Ja, also der, der wollte genauso lernen, Magie zu wirken wie jetzt auch Scamdalf. Und ja, mittlerweile kontrolliert er einen Großteil von Runen und, äh, wird auch immer machthungriger. Und im, äh, besten Fall sucht er nach einem Verbündeten, der mächtiger ist als er. Ja, und, äh, da vermutet dann Scamdalf natürlich, ja, es könnte Sauron sein, dass er sich mit dem zusammentut. Ich glaube aber eher, dass er schafft da drauf, Scamdalf für seine Sache zu gewinnen, ne? Ja. Das, äh, das scheint jetzt tatsächlich der Fall zu sein, genau. Und dann sagt er eben auch, du wolltest ihm, du wolltest dem Baum einen Ast wegnehmen, ne? Du hättest ihn fragen können. Und außerdem vielleicht, ich glaube, du bist einfach noch nicht ganz bereit für so eine Art von Werkzeug. Definitiv. Und er macht dann aber auch klar, weil, äh, Scamdalf meint dann, ja, könnt ihr ihn da nicht aufhalten? Das ist, das ist im Original wirklich ganz nett im Dialog. Da sagt dann Tom, he's a wanderer, not a warrior. Ne? Also im Deutschen funktioniert das natürlich nicht. Sprich, er ist ein Wanderer und kein Krieger. Also da merkt man wieder so dieses, ja, ich steck den Kopf in den Sand und kümmere mich um meine Sachen, ne? Ich glaube, er redet hier sogar, das ist auch ein Verweis aufs Buch, er redet hier, glaube ich, irgendwie auch von Lilien oder so, die er pflanzen will, ne? Mhm. Und, äh, ja, offenbart dann aber, äh, dass es letzten Endes, äh, Scamdalfs Aufgabe ist, nicht nur die Zerstörung Mittelerdes zu stoppen, ja, sondern auch Sauron aufzuhalten. Also das ist jetzt eigentlich so seine Mission. Ja, und das ist dann auch das Letzte, was wir von ihm sehen. Genau, das wird auch relativ bedeutungsschwanger herübergebracht natürlich. Ja, ja, gut, also ich, äh, ich meine, ich weiß ja noch, was da kommt und, also ich habe ja schon alles gesehen, äh, du ja noch nicht, aber, äh, so viel machen sie ehrlich gesagt nicht mehr aus Tom Bombardier, sage ich mal. Ja, ist das. Ja, das ist, also es ist letzten Endes genauso gekommen, wie ich es vermutet, in Anführungsstrichen befürchtet hatte. Der ist letzten Endes ein Stichwortgeber und sie haben ihn einfach nur drin, um ihn drin zu haben. Also ich meine, dieser Ansatz von wegen, dass er jetzt hier hingekommen ist und, äh, checkt von wegen, ist, ist denn jetzt hier wirklich nicht mehr alles grün, das mag noch okay sein, aber so wirklich viel machen sie da auch nicht mehr draus, habe ich, also hatte ich hier schon das Gefühl und auch so insgesamt. Deshalb ist es eigentlich, ich weiß, du kannst dem Ganzen insgesamt mehr abgewinnen, aber letzten Endes ist es halt wirklich purer Fanservice. Es ist Fanservice, absolut, ähm, aber letztendlich fragt, wen macht Fanservice glücklich, in dem Fall dann tatsächlich die Fans. Ja. Und ich bin Fan und in diesem Fall springe ich dann tatsächlich drauf an, aber sehe trotzdem die, ja, die Problemchen damit und sehe auch, wie ich es vielleicht lieber gerne gehabt hätte, aber das ist letztendlich so, wie wir es bekommen haben und es ist mir immer noch lieber, als wenn ich nie irgendwie mal diesen Charakter zu Gesicht gekriegt hätte. Ja, ich meine, das ist ja, ja gut, das muss man ja sagen, das ist ja das erste Mal, dass wir den wirklich in der Form, äh, zu Gesicht kriegen, äh, medial, ne, also. Wir hatten ihn in Videospielen, in ein paar Videospielen tauchte er auf. Mhm. Und, ähm, zum Beispiel ist er eine, eine Kraft, die du dir beschwören kannst in Schlacht und Mitteljahre 2. Ah, okay. Und dann, äh, tanzt er über das Schlachtfeld singend und, äh, als Tabletop-Figur gibt's ihn auch. Mhm. Äh, als, als die, als die Sachen dann groß waren und er taucht auf jeden Fall auch in dem Herr der Ringe die Gefährten Computerspiel auf, was 2002 erschien. Ah. Was nur auf dem Buch basiert. Ja, Stichwort Computerspiel, äh, sie lassen ihn, also, das wird zwar nicht großartig kommentiert, aber ich meine, in dem Lego Herr der Ringe ist er auch, äh, ganz kurz zu sehen. Oh. Also, da kann man zumindest an dem vorbeigehen und der steht da vor seiner Hütte und, äh, Fans erkennen eindeutig, wer das ist. Lustigerweise hatte ja Peter Jackson sogar kurz überlegt, eine Referenz an ihn einzubauen in den Filmen, aber dann haben sie es doch ganz gelassen. Ja. Sie hatten dann vor, dass die Hobbits ihn quasi von Ferne singen hören und dann sehen sie so seinen Hut über dem Gebüsch und dann ergreifen sie schnell die Flucht. Aber ich, das, 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 das denke ich mir, nee, es ist gut, dass ihr einfach dann komplett drauf verzichtet habt. Äh, im Hinblick jetzt hierauf kann ich auch wirklich verstehen, warum Peter Jackson das einfach komplett beiseite gelassen hat, weil er halt gesagt hat, äh, dass das bremst die Handlung aus und was halt wirklich eigentlich antiklimaktisch ist an der ganzen Nummer, dass der Ring halt, ja, eigentlich nur noch Tinev ist in der Szene, ne, also, musst dir vorstellen, das ist der eine Ring, der wird vorher aufgeladen mit Bedeutsamkeit ohne Ende und dann wird das da einfach komplett gebrochen, indem Tom Bombardier dem wirklich so, ach ja, ja, hier, ja, steck ich an die Hand, ja, ja, ist nix Besonderes, ja, lass mal, lass mal was singen und essen gehen, ne, so nach dem Motto. Äh, aber, äh, wie ihr ja vielleicht schon seht da draußen, äh, hatte ich schon, also, schon als ich diese Folge hier gesehen hatte, vor, nee, nee, du hast sie ja, äh, zuerst gesehen, hatte ich dir direkt geschrieben, äh, wie wir diesen Podcast hier nennen wollen, nämlich querfällt ein zum Fanservice. Ja, und das bezieht sich nicht nur auf Tom Bombardier. Genau, damit geht es nämlich jetzt weiter, wir, äh, landen in einer Mondnacht in einem dunklen Wald, äh, wo, äh, Galadriel, Elrond und, äh, ihre restliche Gefolgschaft, äh, unterwegs sind und jetzt auf diesen nebeligen Hügegräberhöhen landen, die auch bekannt sind als Thürn-Gorfad, wie gesagt, äh, und wo die Rede davon ist, dass, ja, in alten Tagen die Menschen dort ihre Lords und Könige begraben haben und, äh, da denken sie erst so, ja, tote Menschen sind eigentlich keine Bedrohung und wir bleiben jetzt alle schön in Bewegung, gehen hier durch und dann hören sie einen Sing-Sang, den der Wind so heranträgt, ja, und der ist genau aus dem Buch und da weiß man dann auch schon, also, äh, auch schon von Tom Bombardier ausgehend, weiß man sofort, was hier Sache ist, ne, wenn man, wenn man. Ist schon sehr lustig, dass hier zwei Szenarien, die was mit Tom Bombardier zu tun haben, dass man die auf diese Weise getrennt hat und in derselben Folge untergebracht hat. Ja, aber das macht diese Folge dann leider auch ein bisschen zu einer Fanservice-Parade, sag ich mal, ne. Ist es schon, ähm, was wir dann halt sehen ist, dass diese, äh, dass, dass die, dass die Grabunholde auferstehen und denen ordentlich zusetzen, äh, sie schaffen es ein, von den Elben zu töten und, ähm, die haben, und ich finde, die sind cool designt, dass, das Problem ist, dass wir sie auch schon, dass es auch nicht das erste Mal ist, dass ich eine Interpretation von denen sehe. Tatsächlich fand ich das auch, um wieder auf das Gefährten-Videospiel zurückzukommen, ich finde, da ist, das Level ist extrem gut gelungen. Okay. Ich finde, die, die bringen da das, die Stimmung, das sieht, die Grabhügel, das sieht exakt so aus, wie ich es mir vorgestellt habe im Buch tatsächlich. Also, das, äh, haben sie toll gemacht und es ist auch vergleichsweise gruselig. Dann bist du in dieser Gegend auch unterwegs in dem Videospiel, ähm, Lord of the Rings War in the North, wo du gegen, äh, allerhand von diesen Unholden kämpfst und, ähm, außerdem hab ich die auch schon gesehen, ebenfalls als Tabletop-Figuren, ähm, wo sie auch gar nicht so unähnlich aussehen. Es gab hier bei diesem Design allerdings, gab's so ein bisschen im Vorfeld, weil die wurden auch im Promomaterial gezeigt, gab's so ein bisschen Unmut tatsächlich von bestimmten Richtungen. Okay. Und zwar in der Art und Weise, wie sie designed sind, nämlich mit dem, mit dem Schmuck und den, äh, wie sie gekrönt sind und so weiter und so fort. Das hat einige Leute extrem erinnert an bestimmte, ich, im Prinzip irgendwie, als hätten die sich da so an, an südamerikanischen Ureinwohnern orientiert. So in der Art, so, das geht so in Richtung, weiß nicht, eventuell so Inkas oder wie auch immer, also so verschiedene Sachen. Und das, das fanden einige dann irgendwie problematisch, was ich gut verstehen kann. Ich glaube, die Referenzen, also jetzt, wenn ich's, wo ich's jetzt komplett gesehen habe, es ist eher oberflächlich, es wirkt nicht unbedingt super exotisch, aber ich kann verstehen, dass da vielleicht einige was drin gesehen haben. Ja, ja gut, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Sie haben mich, äh, noch am ehesten an die Geister auf den Pfaden der Toten erinnert, in, äh, in die Rückkehr des Königs. So auch so vom Design her. Ein bisschen bunter halt. Und was ich ja genau, ein bisschen bunter, aber auch dadurch ein bisschen wenig markanter. Was ich noch ganz nett fand, dass die sich, äh, wenn die irgendwie auseinandergesäbelt werden, dass die sich so selber zusammenpuzzeln, so, so ein bisschen so wie die, äh, äh, Skelett-Piraten in Fluch der Karibik fast. Ja, ohne, ohne dass es aber wie ein Rip-Off wirkt. Ich glaube, die haben sich auch ganz doll Mühe gegeben, wie können wir die umsetzen, ohne dass es so aussieht wie etwas, was wir schon gesehen haben. Hattest du denn das Gefühl, dass hier so wirklich Atmosphäre aufkam in der Szene? Weil den Anfang fand ich noch echt ganz gut, also auch mit dem Nebel und dann auch so diesem, diesem Singsang, den man eben aus dem Buch kennt von den Grabunholden. Aber dann wird es doch zu einer relativ konventionellen Actionszene einfach, ne? Ich fand einfach, es war zu schnell durchgenudelt. Ja. Und ich fand's nicht wirklich gruselig, war mein Problem. Es ist gruselig, wenn diese Augen einfach nur auftauchen. Ja. Das ist, das ist angemessen creepy, aber danach, wenn man dann einfach so und jetzt ist die Katze aus dem Sack und dann ist es einfach nur Krach und, ähm, und, und, und Action. Ja. Und ja, das war ein bisschen schade. Aber was dann hier auf jeden Fall, also sie schnappen sich ja einen der Elben mit Ketten, ziehen den dann auch in so ein Grab. Da muss ich sagen, da fand ich dann gut, dass Galadriel da mindestens mal aktiv geworden ist und auch mal, also die, die gerät dann auch wirklich mal so ein bisschen in Bedrängnis und unter Druck, das tut der Figur, glaub ich, ganz gut. Aber du hast schon recht, also, dass sie die Grabunholde, vielleicht hätten sie die gar nicht so richtig zeigen sollen, sondern einfach nur so, so schemenhafte Umrisse mit diesen, weil diese leuchtenden blauen Augen, die hatten schon irgendwo was. Ja, und das ist auch das, was im Buch ist. Letztendlich kriegen wir da auch keinen so richtig zu Gesicht. Was wir sehen, ist eine kriechende Hand und so ein Schatten. Ja. Und mehr ist es dann auch nicht. Letztendlich ist dann sehr viel, sehr viel Mehrheit geht dann über die Stimmen und über den Nebel und all das. Und sie machen ja auch wiederum eine Buchreferenz, weil nämlich Elrond bricht eins der Gräber auf und nimmt eine der Waffen aus den Gräbern und hackt dann eine Hand ab. Und das ist auch exakt aus dem Buch halt die, die Waffen aus dem Grab, die können die verletzen, weil sie versuchen, die eben zu verletzen, aber es klappt halt nicht. Ja, das sind ja, das sind ja die Waffen, mit denen sie begraben wurden. Mit denen können sie auch nur getötet werden. Genau, ja, das sind besondere Waffen. Und genau, Galategeräte, Bedrängnis und so weiter und so fort. Und eben dieser mit den Ketten, das ist eben das, was wir schon besprochen hatten. Nämlich diese Grabunholde sind daran schuld, dass der Bote nicht angekommen ist. Den sehen sie nämlich hier auch noch, also kurz bevor die angreifen, die Grabunholde, sehen sie die Leiche von den Boten und auch die Botschaft, die da rumliegt. Genau. Äh, ja gut, dann ist das, ja gut, dann ist mir das beim ersten Mal so ein bisschen durchgegangen, weil ich hatte mich, hatte mich echt gefragt zu dieser Bote, aber das ist halt dann auch wieder so diese Willkürlichkeit. Was, äh, äh, hat Sauron irgendwie alles in die Wege geleitet, während er sich einfach nur von Mordor nach Eregion begeben hat? Vor allem liegt das hier doch nicht auf dem Weg, oder? Nee, nicht für ihn, aber das ist, ähm, äh, wie gesagt, der Schatten, ich meine, Kasadum lag ja auch nicht auf seinem Weg. Ja, ja, aber wir haben ja nicht gesehen, dass er bis da hochgeht. Also das ist halt wieder, also das ist halt wieder dasselbe wie mit der Brücke. Das wird hier einfach behauptet, dass Sauron das in die Wege geleitet hat. Aber wir haben keinerlei Anhaltspunkt. Das ist mir, das ist mir zu diffus an der Stelle. Und das wirkt auch da schwach geschrieben. Ich glaube auch nicht, dass es halt seine hundertprozentige Absicht war. Das war ein Resultat von dem, dass der Schatten wächst, sein Schatten wächst. Und das ist einfach etwas, was passiert, ohne dass es jetzt komplett so geplant hat. Es spielt ihm halt gut in die Hände. Ja, aber dafür ist sein Schatten noch nicht, also ich meine, er hat sich ja nicht mal wirklich offenbart. Mhm. Anderen, anderen Kreaturen, Mittelerdes hat er sich noch nicht offenbart. Da merkst du halt, hier ist ne, ist ne, ist ne Fallhöhe, äh, aus dem Roman wird hier recycelt, die aber in der Serie nicht vorhanden ist. Und das ist bei Bombadil genau dasselbe. Und deshalb merkst du, das ist ja einfach nur so, weiß ich nicht, also sie hätten es ja daran inspirieren können, aber das sind wirklich eigentlich fast Eins-zu-Eins-Adaptionen dieser Szenen, nur mit anderen Figuren, aber aus einem völlig, aus einer völlig anderen Ausgangslage heraus. Und deshalb funktioniert das für mich nicht so wirklich. Die Szene hier an sich, die hätte nett werden können, wirkt aber auch wieder so angezogen mit Handbremse. Also dabei ist das eigentlich sehr verheißungsvoll. Äh, sah man ja auch schon im Trailer, wie die sich da so, ja fast in so einem Avengers-Shot mäßig aufstellen. Ja. Ne, aber, äh, die Figuren sind dafür dann auch dann leider, ja, zu belanglos. Und ich muss sagen, mir fällt, mir stößt es ein bisschen sauer auf, weil die Serie ja so mit Diversität hausieren geht, dass ausgerechnet der einzige, äh, in Anführungsstrichen jetzt wieder schwarze Elf, äh, Elb neben, äh, Arondir, dass ausgerechnet der, derjenige ist, der hier das Zeitliche segnen muss. Ja, es ist so ein bisschen, aber ich meine, das, das, das soll dann im Prinzip vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch so eine seltsame State, bis vor wegen Gleichberechtigung. Ähm. Ja. Aber, äh, ja, es ist ein bisschen halt, ich denke, irgendjemand muss sterben, um sozusagen eine Situation gefälligst, aber das, das, äh, hat mich eher so getroffen als, das ist irgendwie so das übelste, so Oldschool-Slasher-Klischee. Ja, also ich meine, man muss ja jetzt bedenken, äh, wenn die die Skripte schreiben, dann haben die ja nicht im Kopf, mit welchen Schauspielern das, äh, besetzt wird, äh, in den meisten Fällen, ne? Ja. Und, äh, da kann dann natürlich auch mal sowas entstehen, aber das ist dann eigentlich eher so Aufgabe der Regie und der Showrunner an der Stelle. Also, äh, ja, weil, äh, wie gesagt, die Serie, die geht ja so damit hausieren, dass sie so modernen Sehgewohnheiten entspricht und das dann hier direkt, äh, vor allem wäre es ja mal schön gewesen, wenn man dann jetzt auch mal ein bisschen länger, also dann hätte man jetzt, also, da hätte man vielleicht das auch ein bisschen fixen können, was man bei Aaron dir versäumt hat, dass der nur so eine, so eine diffuse Vorgeschichte hat und hier hätte man vielleicht diese beiden anderen, also man hätte ja zum Beispiel sowohl die Asiatin als auch ihn hätte man sagen können, ja, die kommen von der von völlig woanders her, aber letzten Endes sind sie, wie du nur gesagt hast, Red Shirts und das ist leider sehr, sehr schade. Also, jedenfalls, ja, der eine, der eine bisher, ähm, nun ja, aber jedenfalls schaffen es sich zu entkommen, äh, wo sind wir dann? Relativ leicht auch, ne? Es, es wird dann eben, äh, so suggeriert, dass das Sauren dahinter steckt, ne? Aber ja gut, das haben wir ja schon, äh, erörtert. Wir landen als nächstes in Pelagir, wo, äh, Isildo und auch andere Südländer, äh, nach Theo suchen, also es ist Nacht mit, äh, Fackeln, äh, sie finden dann, äh, dort auch relativ schnell das Lager. Aaron dir ist auch mit von der Partie, findet Äxte, also mehrere Äxte haben die, äh, Wildmenschen hier anscheinend zurückgelassen und das findet er schon ein bisschen seltsam, weil Äxte sind für Wildmenschen mehr wert als Gold, meint er. Ja, ich mein, letztendlich sind's ja Waffen und mit denen kann man alles mögliche sagen und da finden sie auch eine ziemlich verstümmelte Leiche. Oh ja, bei der ich erst dachte, es wäre Theo. Ja, ich dachte, oh Gott, da dachte ich auch, Moment mal, aber nein. Genau, und dann, äh, kehren sie dann ja wieder zurück und, äh, versuchen dann irgendwie einen Plan zu machen, was sie jetzt tun sollen. Was ich ganz nett fand, dass Aaron dir da, äh, im Dunkeln sucht und dann eine Fackel findet, äh, die auf dem Boden liegt und dann erstmal, äh, registriert, oh, die Fackel wird gehalten von dem abgerissenen Arm, äh, von dem Typen, dessen Leiche dann ein bisschen weiter weg liegt, also das, das fand ich echt einen feinen Zug, dass da halt, ne, die, die Fackel brennt da einfach so mitten im Wald und dann, äh, ist das so, weil die halt noch in, in, in der Hand von dem abgerissenen Arm verkrallt ist, das, 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 das war ein schöner Einfall, fand ich. Ja, und dann sind sie wieder, äh, in, äh, in Pelagia und dort ist ja auch, äh, dort schafft es ja Isidua das Aquädukt so ein bisschen zu reparieren, also dass er das Wasser besser sprudelt. Da, da, davor ist noch, äh, dass sie eben, äh, in Pelagia dann, äh, verhandeln, äh, beziehungsweise beratschlagen, was sie jetzt machen sollen und da sind welche, die meinen, hier, das Maß mit den Wildmenschen, das ist jetzt voll, wir müssen jetzt deren Lager angreifen. Dann hat man auch nicht so wirklich Bezug zu, weil man, also ich bin ganz ehrlich, man, äh, hier Wildmenschen, das wird irgendwie sehr diffus definiert und auch so die Menschen in Pelagia kennt man ja auch nicht so wirklich, also da denke ich mir, warum sollte mich das scheren? Die sind ja auch hier, äh, also das heißt ja, die, also ein anderer sagt dann irgendwie, ja, wir wollen jetzt hier einen Krieg anzetteln, weil das sind, das sind keine Menschen, das sind im schlimmsten Fall sogar Kannibalen und jede, äh, Minute, die wir hier zugange sind, äh, mindert eben die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, Theo und andere wahrscheinlich noch am Leben sind, äh, sie wollen dann ihre Suche, äh, fortsetzen, im Osten, schlägt dann, glaub ich, Aaron dir vor und von Estrid kommt dann aber so der, der Einwurf, ja, nee, macht es doch besser im Norden und da wird dann Aaron dir so ein bisschen, bisschen hellhörig und meint so, ja, woher, woher weißt du das denn und dann kommt Estrid da so um die Ecke mit, ja, also ich, ich hab jetzt Wochen da in diesen Landen verbracht und dieser, dieser Wald ist alt und, äh, da sind nicht nur Wildmenschen, sondern noch sehr, sehr viel Schlimmeres, äh, und, äh, Aaron dir geht dann zwar nicht mehr weiter darauf ein, aber ist doch echt misstrauisch plötzlich gegenüber Estrid, ne? Ja, genau, und, äh, kurz darauf deckt er dann ja auch tatsächlich auf, wer oder was sie ist. Genau, äh, dann haben wir nämlich, äh, Szene, äh, daraufhin, wo, äh, Isildo dieses Aquädukt zum Laufen kriegt, äh, dabei, äh, aber ordentlich Schmutzwasser abbekommt und während alle anderen da mit ihren Eimern hintingeln, kommt dann Estrid zu ihm und wischt ihm Dreck aus dem Gesicht, er erzählt dann so irgendwie kurz, ja, äh, in, in Numenor haben wir ja keinen Wassermangel, weil das, das Wasser, das kriegen wir ja direkt in unsere Häuser geleitet und, äh, ja, man merkt, die bundelt echt so ein bisschen mit dem an, äh, wenn dann zwar so kurz so ihren, ihren Verlobten, aber da geht sie gar nicht wirklich drauf ein, da hat sie aber auch nicht wirklich Gelegenheit zu, denn, äh, plötzlich taucht Aaron dir auf und möchte wissen, wie viel Zeit hast du denn eigentlich verbracht unter diesen Wildmenschen und, äh, Estrid ist dann eher so zurückhaltend und meint dann, ja, also ich hab nicht wirklich unter denen gelebt, ich hab mich eher so, so versteckt und, äh, Aaron dir lässt sich dann aber davon nicht abwürmen und meint, ja, haben sie dir denn irgendwas getan, weil ich hab in deinem Nacken, hab ich so diese Wunde bemerkt und die sieht auch ziemlich frisch aus, ja, und dann kommt Estrid mit einer sehr, sehr, äh, äh, spontanen Lüge um die Ecke, nämlich, ja, ach, ich, ich bin gestern beim Feuer eingeschlafen und ich war ungeschickt, ja, und dann, dann, äh, da muss ich sagen, da hat Aaron dir auch endlich mal so ein bisschen so zwischen den Zeilen, weil er dann sagt so, ja, von wegen so, ja, wir, wir, wir machen ja alle mal dumm halten, wenn wir irgendwie hoffnungslos sind, ne, versucht er sie erst so ein bisschen in, äh, Sicherheit zu wiegen, aber sie fällt dann nicht darauf rein, sondern, ja, äh, fühlt sich endgültig ertappt, äh, wirft einen Eimer nach ihm, will entkommen, aber er kriegt sie zu packen. Genau, und sieht dann hier, bitteschön, dass es, äh, hat sie sich selbst zugefügt und darunter ist das, das Zeichen. Genau. Und, äh, sie, sie gehört dazu oder gehörte dazu. Wo ich mich dann aber frage, also wo ich's dann jetzt auch nochmal gesehen habe, also das soll ja das Symbol von Ada sein, aber letzten Endes ist es doch das von Sauron, oder nicht. Ja, aber letztendlich, ich kann mir gut vorstellen, dass das quasi, dass, dass es vielleicht ursprünglich auch Saurons Zeichen ist oder dass es, dass er das dann zu seinem Zeichen macht, weil's sich dann schon so durchgesetzt hat. Na gut, er hat's ja auch schon in dieser, äh, Festton da in Forward Wave, das hat er ja dann wahrscheinlich hinterlassen und nicht Sauron, ne? Aber das war ja ne Karte. Gut, da muss man sich fragen, warum er überall hier dieses Kartensymbol reinbrennt, vor allem Sauron hat es ja auch getan. Warte mal, das, das würde dann ja bedeuten, dass Ada in Wahrheit Galadriets Bruder gekillt hat und nicht Sauron. Aber, ja gut, also irgendwie, irgendwie ist das nicht alles so wirklich schlüssig. Aber, äh, also Aaron, dir meint dann, dass er schon, äh, die ganze Zeit eher so misstrauisch war und wäre sie nicht mit dir reingekommen, Isildo, dann hätten wir sie eigentlich schon am Tor, äh, äh, abgefangen. Äh, sie ist offenbar ein Wildmensch und, äh, sie wittern jetzt hier die Chance, dass die, äh, sie zu den anderen führen kann. Genau, und brechen sie dann direkt auf und nehmen sie mit? Dann, äh, ja, da ergibt sich dann halt so ein, ja, so ein, so ein Dreigespann aus Arondir, Isildo und Estrid. Estrid, äh, ist in, äh, Ketten gelegt, Arondir geht voraus, Estrid und, und, äh, Isildo dann so ein bisschen hinterher und Isildo ist anscheinend relativ angepisst, was man ja auch verstehen kann, ne? Ja, durchaus. Das haben wir so ein kleines Gespräch und sie sagt dann aber auch irgendwann, ich könnte besser laufen oder mich abfangen, weil es ist ein schlammiger Untergrund. Ähm, ich könnte besser laufen ohne die, dann wär's ein bisschen sicherer und dann, nee, du würdest sie ja im Stich lassen und das sofort abhauen. Er führt ihr dann auch so ein bisschen auf den Zahn, dass sie ihn halt die ganze Zeit eigentlich nur benutzt hat, äh, ob es, ob es dann ihr Plan war, ihn zu erstechen und sein Pferd zu stehlen, aber sie hat dann, also er vermutet, dass sie ihren Plan dann sogar noch mal geändert hat, als sie spitz bekommen hat, dass er Numenora ist. Genau, dann von seiner Uniform ausgehend, ja. Also, äh, die, die sind, die Stimmung ist im Keller. Ja, gut, äh, auch absolut verständlich. Da muss ich auch sagen, ich finde, sie hätten das mit Estrid ehrlich gesagt noch ein bisschen, also, das hätte man irgendwie anders schreiben können, dass das so schnell revealed wird, beziehungsweise, dass die so schnell auffliegt. Da wird irgendwie auch ein Konflikt eingestampft, finde ich, der hätte mehr Potenzial gehabt, oder? Ja, aber andererseits ist es auch nett, wenn irgendwie dann etwas so aus dem Weg ist und man dann so ein bisschen mehr Zeit hat, dann so wieder Vertrauen aufzubauen. Halt teilweise bei so bestimmten so Liar-Revealed-Stories, da wartet man die ganze Zeit, oh Gott, wie lange dauert's? Sondern es ist irgendwie dann so ein super dramatisches Ding mit allem. Und das umschiffen sie hier so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, also, man hätt's ja zum Beispiel auch so drehen können, dass sie irgendwie die, äh, aus anderen Gründen dahin führt, dass es dann da gar keine Enttarnung gibt, sondern dass es die erst irgendwie auf dem Weg gibt oder so. Und auch völlig, völlig durch, durch, durch Zufall. Auf der anderen Seite hat die halt dieses, dieses Brandmal auf dem Rücken. Naja, äh, aber, äh, die beiden, äh, sollen dann, äh, still sein laut Arondir, denn der findet auf dem Boden weiße Blätter, glaub ich, die ja auch schon bei dem Lager, was da ja irgendwie überfallen wurde, äh, gefunden hat. Und ist sich dann mittlerweile sicher, da sind noch andere Wildmenschen gefangen und auch Theo und die wurden nicht von Menschen in Gewahrsam genommen. Wir sehen dann, äh, kurz darauf dann auch in einer relativ kurzen Szene, dass, äh, Theo erwacht, äh, anscheinend auf einem, äh, ziemlich großen Baum festhängt, aber eingesperrt ist in einer Art Käfig aus Zweigen, äh, zusammen auch mit, äh, anderen von den wilden Menschen, äh, man hört da auch Hilferufe, also da sind noch andere, äh, diese wilden Menschen, die, da dachte ich mir auch so, weil die sagen dann irgendwie so, aha, aha, hier, der Wohlgenährte ist wach. Dann dachte ich mir auch so, äh, weil es hieß ja schon, die sind Kannibalen. Also, dass die Theo eventuell irgendwie schlachten wollen oder sowas, aber, äh, gar nichts in der Richtung. Äh, sie haben ja auch nicht das passende Werkzeug dafür und Menschenfinger sind da nicht so stark. Ja. Ich hab mich durch die runden Käfige vor allem an Flutekrebik 2 erinnert, gefühlt. Ja, so ein bisschen, ne? Auch so dieses, ja, diese Käfige wurden gebaut, nachdem wir hier gelandet sind, ne? Ja, so schlimm ist es nicht. Ja, schade, da hätte man noch mehr draus machen können. Aber, äh, ja, äh, Theo, äh, ist sich dann auch nicht sicher, was, was hier abgeht. Und die wilden Menschen meinen dann nur zu ihm, ja, äh, was, was hier draußen, also wir wissen auch nicht genau, was es ist, aber es ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Großes. Und, äh, ja, sowohl Tolkien-Fans als auch, äh, Filmzuschauer könnten so langsam ahnen, was hier, äh, auf uns zukommt, wohlmöglich. Aber, äh, erst mal, äh, kommen wir dann wieder zu Aaron, der Estrid und, äh, Isildur, die, äh, durch ein relativ schlammiges, äh, Gebiet, äh, sich kämpfen. Estrid, äh, fällt dann auch beinahe aufs Maul und meint dann so, ja, ich, ich, äh, hier, ähm, also könnt ihr jetzt nicht endlich mal meine Ketten lösen? Da war ich auch am überlegen, macht die, das macht die, glaub ich, schon extra oder so, ne? An der Stelle. Wer weiß, wer weiß, aber dann, äh, ist nicht sie es, die in Not gerät, sondern Isildur. Genau. Der ist, äh, in ein, äh, Schlammloch getreten, was sich als so eine Art von kleinem Sumpf schon herausstellt und steckt schon bis zur Hüfte drin. Und, ähm, versinkt immer schneller. Und Aaron und ihr versucht, äh, ihn, ihn rauszuziehen. Aber da werden beide reingezogen, durch eine anscheinend doch nicht natürliche Kraft. Sehr krass tatsächlich, wie beide wirklich direkt reingesaugt werden förmlich. Und, äh, flutsch. Und dann steht da Estrid erst mal, äh, und dann rennt sie weg. Und das ist eine ziemlich lange Pause, wo ich dachte, Das war gut. Ja, aber dann ist sie doch weggerannt, um einen langen Ast zu holen. Mhm. Und mit dem stochert sie dann im Morast herum. Ich musste dann, äh, Neues vom Wichser decken. Der ist so kurz. Oh Gott, diese Assoziation, ja. Das kriegt man nur hier beim Tele-Stammtisch. Dann, und dann kriegt nicht direkt, kriegt nicht direkt Hände, diesen Ast zu fassen, sondern... Etwas, was erst wirkt wie eine Hand. Na? Es wirkt erst wie eine Hand. Es ist die Greifer von einem, äh, riesigen Wurm. Sieht fast so aus wie eine, fast wie so eine Art von Tausendfüßler. Es sieht ein bisschen aus wie eine, ähm... Ach, wie heißen die nochmal? Wie, äh, es sieht ein bisschen aus wie so ein Sumpfhai aus, aus der Goffek-Reihe. Ah, okay. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall so ein langer, langer, ähm, ekliger Sumpf-Wurm. Mhm. Mhm. Und, äh, bevor der dann ihr aber letztendlich was tun kann, äh, wird er dann von innen von Aaron Dias Klinge durchbohrt. Und dann schaffen es beide raus und der Wurm verschwindet. Und dann fragt natürlich auch Isidro, was war das denn bitte? Mhm. Und dann, äh, lassen sie tatsächlich mal so ein bisschen Humor einfließen und auch noch über Aaron Dias als Figur. Weil, äh, ja, das fand ich wirklich ganz nett, weil der fängt halt erst so bedeutungsspanger an mit, ja, namenlose Kreaturen in den Tiefen der Welt. Und, äh, die, die, die haben keine Namen, aber diese hier nennen wir jetzt einfach Supper, also Abendessen. Genau. Das, das war ganz nett. Genau, hat ein Stück herausgeschnitten. Und, ähm, ich denk mir, ja gut, resourceful, wunderbar. Und das ist ja aber auch eine Anspielung auf das, was Gandalf sagt in Moria. Ja, tatsächlich. Das ist ja, ja, hier von wegen, es gibt noch, in den Tiefen der Welt gibt es gemeinere Geschöpfe als Orks, ne? Und, äh ... Genau, und sie nagen, sie nagen an den, äh, an den, an den Gebeine der Zeit oder wie auch immer, oder so an der Welt nagen diese Geschöpfe. Das sagt er auch später in die zwei Türme dann. Ja, es, es kommt mir ein bisschen vor, es, es kommt, das hier kommt mir ein bisschen vor wie eine Variation vom Wächter aus dem Wasser, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, es hat durchaus, das hat nicht, das hab ich nicht sofort komplett so gesehen, aber im Nachhinein dachte ich mir, ja, stimmt, ist eine gewisse Ähnlichkeit, aber es ist anders genug. Ja, ich fand's, ich fand's nur okaye Szene, äh, Ja, gut, dass, dass, äh, Estrid da jetzt nicht wirklich einfach abhaut. Also, ich mein, gut, sie, also, inszenatorisch bringen sie es gut rüber, aber ich hab es ihr dann doch nicht so abgekauft. Äh, ich muss generell sagen, Estrid, so auch so vom Charakter und dem Verhältnis, äh, musstest du eigentlich auch an Ygritte aus Game of Thrones denken bei ihr? Hm, ja, es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Aber Ygritte ist fieser, beziehungsweise raffinierter und frecher irgendwie auch. Also, Estrid ist mir ein bisschen zu brav. Ja. Äh, ansonsten war das eine Sequenz, äh, ich glaub, ich hatte zu dir gemeint, schon im Discord letztens, äh, auch so dieser Move, äh, dass wir jetzt von wegen, wir kommen da raus und da ist das unser Abendessen, das ist eigentlich eher was wie aus The Witcher oder so, ne? Ja, ja, durchaus, das könnte auch so gut in einem Witcher-Szenario vorkommen. Ähm, bleiben wir dann noch bei ihnen oder wechseln wir dann wieder den Ort? Äh, nee, wir wechseln den Ort zu den, äh, Starren. Richtig. Äh, insgesamt muss ich sagen, also die Szene hier, ah, da hätte man auch wieder mehr draus machen können. Das fühlt sich, warum fühlt sich das hier alles, gerade in Action-Szenen, so sehr nach Handbremse an an vielen Stellen? Ist das, weil sie das ganze Budget, äh, aufsparen für die, für die große Schlacht, die hier kommen wird? Oder, weil generell hab ich das Gefühl, dass Action-Szenen hier sehr, sehr schnell vorbei sind immer, in der Staffel bisher. Ja, und ich meine, in der ersten Staffel gab's ja auch nicht besonders viel Action dann letztendlich. Und ich, letztendlich find ich's immer gut, wenn ihr zwischendurch so kleine Actionspitzen einbaut, äh, einbaut, ich meine, so was kann, so was kann zur Auflockerung dienen, so was kann so ein bisschen Tempo reinbringen, aber so was ist mir dann lieber, als wenn dann einfach alles viel zu lange dauert und, äh, das irgendwie alles total ausbremst. Das ist halt dann, wenn's da den Zweck erfüllt und dich letztendlich vielleicht so zurücklässt, dass du ein bisschen mehr willst, ich finde, das ist eigentlich immer besser. Ja, also ich fand das hier okay. Konnte ehrlich gesagt diesen Schlammwurm, also man kann gerne in die Kommentare schreiben, also wenn sich da irgendwelche besser mit der Lore auskennen, äh, ob das vielleicht sogar irgendwie eine Anleihe aus dem Buch ist, auf mich wirkte, das ist ehrlich gesagt ein bisschen random, diese Kreatur. Wobei die schon gut gemacht war, also man hat die ja, ja, man hat die eigentlich nur ganz kurz gesehen, aber vom CGI her war das schon, also generell, was die visuellen Effekte angeht, da kann man bei der Serie schon nicht meckern, also da sieht man schon das Geld. Mich hat es erinnert an etwas, das könnte auch so auftauchen in dem Netflix-Film Love and Monsters. Also hier war, hier war ganz leichter Comic-Relief drin, den bekommen wir aber, äh, an anderer Stelle noch weitergehend, äh, nämlich in Runen, äh, bei den, äh, Stachen, äh, wo die Haarfüße zusammen, äh, gebunden sind mit, äh, Mary Mac, also die sind ja jetzt hier, äh, ja, gefesselt worden, zumindest nicht geknebelt. Wären sie nämlich geknebelt worden, würde diese Szene jetzt hier nicht funktionieren, denn, äh, diese Anführerin Gunda Bale, äh, kommt zu ihnen und meint dann, ja, ich hab mich jetzt beraten mit den Dorfältesten und wir sind uns einig, äh, bei Sonnenaufgang, äh, kicken wir euch hier raus. Und eins, eins fand ich sehr lustig, sie sagt dann nämlich so von wegen, ja, sorry, aber starren zuerst. Und da dachte ich mir auch so, weil, äh, ich hatte, ich hatte letztens gegenüber jemanden geschrieben, weil, wie gesagt, ich hab ja die, die Dings als, äh, äh, wirklich bedenklich wahrgenommen, die Haarfüße in der ersten Staffel. Und ich hatte dann zu jemandem gemeint, äh, machen sie dann aus den Stachen vielleicht so richtige Trump-Fans. Und dann hör ich ja auch noch so was wie Stores first. Oh, weil, ich musste vor allem nur jetzt bei deiner Ausdrucksweise halt die Stachen, ja, wir haben uns beraten und geeinigt. Da muss ich, wir haben uns geeinigt, ihr seid keine Orks. Ja, wir sind gerade eben erst fertig mit dem Morgengruß, aber so lahm Arsch ist sie dann doch nicht. Aber, äh, nee, zu denen kommen wir ja gleich lustigerweise. Aber Nori, äh, äh, meint dann so, ja, gut, wir verstehen das, äh, Sardok hätte wahrscheinlich also ebenso, äh, gehandelt oder wäre ebenso mit denen verfahren. Äh, und dann wird, äh, die, äh, Stammes, äh, die Stammes, äh, Führerin kurz, äh, Aquilnisch meint so, Sardok? Äh, und, äh, wer sich jetzt vielleicht nicht mehr so an die erste Staffel erinnert, äh, Sardok ist ja, äh, ja, äh, das, äh, Anführer-Pandant der Haarfüße gewesen, nicht wahr? Also, Lenny Hendry. Lenny Hendry war es, genau. Und, äh, dann, oh, Moment, sie kennt den Namen. Mhm. Was konnte da sein? Sardok Burroughs? Genau, führte sie zu einer Felswand, wo im Prinzip, äh, so durch eine Art so von Höhlenmalerei wird so ein bisschen die Geschichte der, 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 der Starren, äh, dort bewildert. Mhm. Und, äh, daraus lässt sich erschließen, dass Sardok oder vielleicht einer seiner Vorfahren aus diesem Volk kommt, weil er gesagt hat, hier weit weg, äh, muss es irgendwie so eine Art von, äh, fast schon irgendwie so geheiltes Land geben, also etwas, was, äh, was auf uns wartet, also das perfekte Land für uns. Und dann zog er mit einer Gruppe von weiteren, äh, Leuten, die daran geglaubt haben, zog er dann los, aber kam nicht zurück und hat's anscheinend nie gefunden. Aber so erkennt dann Nori, oh, und so ist dann, äh, mein Volk entstanden, so sind wir Wanderer entstanden, wir kommen ursprünglich hierher. Genau, also sie erwähnt ja dann, dass dieser, äh, Arne irgendwie, äh, Rorimas, äh, Baros hieß, oder Rorimas, und dass der eben auf der Suche nach diesem, ich sag jetzt einfach mal, äh, Hobbit-Paradies war namens, im Original ist es, glaub ich, The Soosat oder so ähnlich, ne? Mhm. Und, äh, äh, da ist es dann so, also der, der hatte eben den, den Traum davon und das, was sie hier dann beschreibt, das klingt auch sehr nach dem Auenland, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Äh, der Haken an der Nummer ist dann aber, also der ist, äh, der, der ist einmal im Jahr ist der mit einer Karawane ausgezogen, um das zu finden, ist dann irgendwann nicht mehr, äh, wiedergekommen, äh, obwohl er versprochen hatte, jemanden zurückzuschicken, um dann den Rest von ihnen nachzuholen. Also wenn er eben, äh, dieses, äh, gelobte Land sozusagen gefunden hat, dann geht Nori, äh, so langsam ein Lichtchen auf. Nicht nur Poppys Wanderlied hat hier drauf hingedeutet, sondern, ja, äh, Haarfüße waren vor ihnen dort, in der Wüste. Äh, äh, Gunder Bay will dann von ihr wissen, ja, sah, sah euer Zuhause so aus, wie, wie wir uns das ausgemalt haben, also, äh, seid ihr hier, um uns zum Zusaat sozusagen zu führen. Und Nori ist dann aber doch relativ resigniert, meint dann, ja, also Rory Maas hat es wahrscheinlich nie gefunden. Und, ja, sie haben eigentlich kein Zuhause. Nach einer Weile sind sie einfach immer, immer weiter gewandert und so wurden sie dann zu einem Nomadenvolk, höchstwahrscheinlich. Ähm, ja, fand ich ganz nett. Ich, äh, hätt's ehrlich gesagt besser gefunden, wenn sie irgendwie mehr mit dieser Wandmalerei gemacht hätten. Also, die stehen da eigentlich nur vor und dann, äh, sagen die halt ihren Text auf. Da weiß ich nicht, da hätte man visuell irgendwie mehr mitmachen können, finde ich. Also, das, das hätte man mehr über Bilder und nicht über Dialog erzählen müssen an der Stelle. Ich meine, letztendlich haben wir die Bilder gesehen in Staffel 1 und hier bereicht dann nicht, reichen dann eben diese paar Stichworte. Ich fand das so eigentlich schon ganz in Ordnung. Ich wünsche halt nur, ich hätte so ein paar mehr Details ausmachen können. Aber wo haben wir Bilder gesehen in Staffel 1? Na, ich meine halt, ich meine ja, wir haben ja gesehen, wie die, wie die Haarfüße funktionieren als Volke und so. Wir haben die ja herumreisen sehen und das soll im Prinzip dann halt für uns dann ja ausreichen. Ja, ja, das, das meine ich ja auch nicht, sondern halt eher diese, diese ganze Vorgeschichte. Also, das hätte deren Kultur, also, das, 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 das hätte beide Kulturen noch mehr voneinander unterschieden, beziehungsweise auch eine Verbindung zwischendurch geschaffen. Also, ich weiß nicht, das, das wirkte ein bisschen langweilig auf mich, weil sie, sie haben da schon dieses Relief und dann, dann, ja gut, das ist eine Nacht, dann zeigen sie das ja nicht so richtig, aber die hätte das ja zumindest, also die, die, zumindest diese, diese Darstellerin, die hätte ja zumindest da irgendwie mehr mit interagieren können, von wegen, ah, siehst du hier, da, das sind die und das sind unsere Legenden und so. Ah, ja, ich. Also, da stehen die nur stumpf davor oder man hätte es sogar theoretisch, wenn man, wenn man ganz, äh, 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 ein bisschen kreativ hätte sein wollen, dann hätte man das vielleicht auch, hätte man so reinzoomen und das dann vielleicht so animieren können oder so, ne? Ja, das wäre das gewesen. Wie bei, ähm, ich, ich weiß nicht, hast du die Avatar-Serie auf, äh, auf Netflix gesehen? Die, also diese Rea-Serie jetzt? Welche? Äh, hier Avatar, Herr der Elemente, äh, die, die Rea-Verfilmung auf Netflix. Ach so, ach so, ne, also nur, da hab ich so die ersten zwei, drei Folgen gesehen. Okay, weil dann dürftest du das vielleicht noch mitbekommen haben, weil da machen sie nämlich genau so was da. Erzählen sie eben was, was man aus dem Anime kennt, äh, äh, animieren sie dann so als Wand, äh, Malerei und das fand ich sehr schön und das hätte hier auch das Potenzial dazu gehabt, äh, und stattdessen, ja, ist das hier eigentlich nur Exposition. Naja, äh, bevor, äh, die dann aber noch irgendwas weiteres, äh, konspirieren können, gibt es einen Aufruhr im Dorf und, äh, ein Mann, also ein, ein Star kommt zu ihm und meint dann, äh, es sind Reiter eingetroffen und es ist großes Volk. Und ja, dann sehen wir, äh, diese maskierten Reiter im Dorf eintreffen, äh, und wie Gunda Bail sie, äh, in Empfang nehmen will und ja, erst mal direkt beiseite geschlagen wird von denen. Und dann wird ihr aber wieder sofort irgendwie wieder die Hand entgegen gestreckt, aber dann steht sie alleine auf und dann, was ich ein bisschen seltsam fand, warum sollte der ihr aufhelfen? Ich glaube, dann überlegt er sich's nochmal anders auf, fuck, vielleicht hab ich überreagiert, wir sollten uns vielleicht gut mit denen stellen, damit sie uns vertrauen. Deshalb ist es einfach dann zu voreilig gewesen, vielleicht sogar zu hastig. Ja, wobei, wobei, warum sollten die sich gut mit denen stellen müssen, weil, äh, die könnten die einfach alle abschlachten. Ja, es ist, es ist irgendwie nicht logisch. Ja, wir kennen nicht hundertprozentig deren Beziehung, so oder so, verlangen die aber, ey, wir glauben zu wissen, ihr habt hier diese zwei Haarfüße und wir hätten die gern wieder und falls ihr sie nicht ausliefert, dann werdet ihr herausfinden, warum wir Masken tragen. Genau, weil die haben ja irgendwie eine Art Fluch anscheinend, äh, das, das wurde ja schon, ich meine, es wurde schon in, äh, der ersten Szene mit, mit, äh, maybe Saruman angedeutet, dass, dass irgendwie ein Fluch auf denen liegt und dass die deshalb, äh, maskiert sind, also fast so ein bisschen so Richtung, äh, Lepra oder so vielleicht im schlimmsten Fall, ne? Ja, vielleicht finden wir es ja noch raus, genau. Aber dass die sich so schnell dann wieder trollen, weil, ganz ehrlich, die haben die hier bedroht und sind eigentlich auch eindeutig, also haben eindeutig die Oberhand. Und, also, warum gehen die wieder? Das war für mich nicht nachvollziehbar. Hm, ja, für den Moment. Das ist auch wieder so, um eine Action-Szene zu vermeiden, irgendwie so ein bisschen, ne? Also, weiß ich nicht, ist, ist das Budget hier deutlich kleiner gewesen als bei Staffel 1? Ich weiß es nicht. Naja. So oder so sind die Haarfüße jetzt aber anscheinend erst mal sicher. Ja, warum auch immer. Wer aber, äh, nicht, äh, sicher ist oder, ja gut, äh, einstweilen sicher ist, äh, sind Elrond und seine Gefährten, äh, die werden hier gezeigt. Das ist jetzt mittlerweile der Tag angebrochen. Die, äh, übrigen, äh, äh, Gefährten errichten im Hintergrund so eine Gedenkstätte, glaube ich, für den Toten. Genau. Und es kommt, äh, mal wieder zu einer Konversation zwischen Elrond, äh, und Galadriel. Und, äh, die meint dann, ja, ich, ich, ich kann dich ja verstehen. Du glaubst hier, dieser Ring, der führt mich in die Irre, der täuscht mich. Aber, äh, ich hab eher das Gefühl, dass er mich leitet und vielleicht ist ja das sogar der einzige Weg zum Sieg. Das waren ja auch schon so, äh, Textfetzen, die man im Trailer gehört hat, ne? Ah, und außerdem, jetzt sollte sie ja auch so ein bisschen dann, das, das sollte ja auch so ein bisschen Recht geben, weil ihr Ring, der Ring hat sie ja gewarnt, dass sie da nicht hätte langgehen sollen. Ja, aber, äh, ganz ehrlich, äh, hätte man, ich meine, andere wussten ja auch, glaube ich, schon um den Ruf dieser Hügegräberhöhen und selbst auch dann der Grabunholde. Da frage ich mich halt auch wieder so, also wird, wird der Ring hier irgendwie zu mehr hochgejazzt, als er eigentlich leistet? Und das ist halt wie, also das ist halt, was ich schon am Anfang meinte, äh, Galadriel verlässt sich jetzt anscheinend nur noch auf den Ring und lässt sich jetzt eigentlich nur noch zum, ja, zum, zum willfährigen Befehlsempfänger davon machen, so ein bisschen. Hm, ne, sie hat schon eine ordentliche Vertrauensbeziehung zu dem Ding aufgebaut und letztendlich hat's ja auch ihr geholfen jetzt in diesem, in diesem Bereich und ich glaube, die Grabunholde sind wirklich eher ein neues Phänomen, weil das eben durch den wachsenden Schatten von Sauron halt jetzt mit entstanden ist. Die, 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 die wussten ja, äh, was das sind, also die nennen die ja auch beim Namen. Das hätte man auch nicht unbedingt machen müssen, finde ich. Man, man hätte das viel, man hätte das viel diffuser, mysteriöser, also das, das ist glaube ich so das Ding, diese Serie, die traut sich nicht so richtig an, äh, Mystik und, und irgendwie was, ja, einfach mal was, was geheimnisvolles irgendwie heran und deshalb kommt auch nicht so, so richtig Stimmung auf. Naja, äh, Elrond ist dann aber doch noch eher zurückhaltend und meint ja, äh, du, du und dein Sieg, schön und gut, aber äh, was ist eigentlich, wenn der Preis für den Sieg zu hoch ist, sprich, dass, äh, wir uns selber verlieren durch diese Ringe, indem wir sie benutzen. Elrond ist dann auch überrascht, dass, dass ihr das keine Angst macht, worauf sie dann so kontert, ja, also, äh, das hin oder her, aber, äh, die Vorstellung einer Welt, die von Sauron beherrscht wird und das Leid, das damit einhergeht, das macht mir deutlich mehr Angst. Ja. Und, und während sie früher das Gefühl hatte, dass sie, dass sie spüren konnte, dass irgendwas nicht stimmt, kann sie es jetzt durch den Ring, äh, förmlich sehen. Also sie hat ja, hat sie ja schon gesagt, sie hat diese Eingebungen, äh, von der unsichtbaren Welt, ne? Und, äh, hier sieht man auch an der Umgebung, dass sie in England sind, eindeutig. Ja, aber sowas von. Also das hier hat, ja, ja, ich mein gut, das ist ja, das ist ja auch irgendwo in Ordnung, ne, also. Ja, absolut, also es ist auf jeden Fall jetzt so ein typischer nebelfangener, feuchter Laubwald, wo sie sind und das ist einfach sehr englisch. Elrond kommt dann auch noch, äh, darauf zu sprechen, dass, äh, sein Vater, also Erendil, äh, wir erinnern uns ja, der Seefahrer, äh, der jetzt mittlerweile ein Stern geworden ist, klingt, das ist ein bisschen komisch, aber er hört gerne in die Recaps zur ersten Staffel rein, dass der schon vorhergesagt hätte und das wurde ja auch schon von Celebrimbor in Staffel eins erwähnt, dass, äh, Celebrimbor's Leben eines Tages in Elronds Händen liegen würde. Hm. Und, äh, wie, wie, wie ist das dann? Oh, der ist ein bisschen, bisschen verschwurbelt, was er von sich gibt, also ich, ich, äh, rekonstruiere es jetzt mal aus meinen Notizen. Er wird den Weg einschlagen, den er muss, um die beste Hoffnung zu haben, es zu schützen. Also das Leben von Celebrimbor. Äh, es war ein bisschen umständlich formuliert, ne? Ja. Also manchmal sind diese Dialoge schon echt sehr gesprollen. Ja. Und Galadriel, äh, macht dann wieder auf Weise, was sie ja anscheinend neuerdings ist, keine Ahnung, das, das ist halt auch so ein Satz, also, den könnten sie gern einer weiseren und reiferen und späteren Galadriel in den Mund legen, aber nicht dieser hier, weil die meint dann irgendwie, ja, das zu schützen, was am zerbrechlichsten und, und am angreifbarsten ist, das ist ja, äh, grundsätzlich die Aufgabe, äh, aller Elben, ne? Und, äh, ja, und dann hat sie, äh, irgendwie, also sie, sie hat ja schon irgendwie Einblicke, was da noch kommen wird, ähm, und dass sie ja auch noch, äh, dass auch noch weitere Opfer werden, erbracht werden müssen. Berührt dann ihren Ring und hat eine Vision, nicht wahr? Ja, stimmt. Ähm, wenn auch nur so relativ kurz, also da sehen wir Morgoths Krone anscheinend irgendwie auf einem Stein liegen. Ja. Wir sehen, äh, Elrond, der, äh, ziemlich, äh, malträtiert, äh, aussieht oder ziemlich, äh, äh, ja, verletzt ist, glaube ich, schon. Dann, äh, wie, äh, Orks anscheinend eine Stadt, äh, niederringen, also wirklich den Fall einer Stadt, da wird irgendwie, glaube ich, eine Statue umgestoßen oder so, wie man das halt kennt, bei Eroberungen und, äh, ganz kurz dann auch noch mal eine Einstellung von Hallbrand, allerdings ohne Bart. Genau. Es sah ein bisschen komisch aus. Aber es war Charlie Wickers, glaube ich. Ja, stimmt, ja, ist so ein Mischding dann, ja, du hast recht. Es sah ein bisschen, sah ein bisschen merkwürdig aus, aber, äh, bevor wir dann, äh, weiterkommen, will Galadriel Elrond noch ein Versprechen abbringen, nämlich, dass er alles tun wird, um Sauron aufzuhalten und dass er selbst, also, dass er ab sofort alles dem Widerstand gegen Sauron unterordnen wird, selbst Galadriels Leben. Ah, ja. Darauf will sich Elrond dann aber nicht wirklich einlassen, aber, äh, also, er, er schwört ihr das zwar, äh, dass, äh, Sauron Priorität haben wird vor ihrem Leben, aber, äh, ja, äh, will sich auch auf nichts einlassen, was wahrscheinlich, äh, dem Willen dieses Ringes, den sie trägt, entspringt, ne? Genau, ja, Dilemma, Dilemma. Also, das ist, äh, so der Hauptkonflikt zwischen beiden, aber bevor dann da noch, äh, weiter was passieren kann, äh, weiß sie dann einer ihrer Gefährten, ich glaube, irgendwie Kamnia oder Kamnia heißt der, äh, dass sie irgendwie Hörner, äh, vernommen haben und das sind dann ja wahrscheinlich Orkhörner. Ja, aber bevor wir da dann weitermachen können, sind wir dann ja wieder woanders. Genau, äh, wir landen wieder bei dem Dreigestirn Arondir, äh, Isildur, Estrid, die jetzt, äh, abends im Wald sitzen bei einem Lagerfeuer und Arondir, äh, scheint offenbar mit Estrid irgendwie einsehen zu haben, legt ihr jedenfalls den Schlüssel für ihre Ketten, ich glaube, auf so einen Baumstamm oder so neben ihr und, äh, dann kommt auch Isildur dazu und dann meint Estrid zu Isildur, ja, es ist, der Schlüssel ist, glaube ich, eher, eher für dich gedacht als für mich, weil du sollst entscheiden, also Arondir will, glaube ich, sehen, ob du entscheiden kannst, ob du ihn benutzt oder nicht. Ja. Und, äh, Isildur, der ja eindeutig schon, äh, auf sie fliegt so ein bisschen, nimmt sich den Schlüssel, befreit sie und, äh, sie will sich dann bei ihm entschuldigen, er bei ihr auch, beide kommen sich, äh, oder nee, genau, er kommt ihr so näher schon, ne? Äh, sie, äh, lässt es dann erst so wirken, als ob sie ihm irgendwas erklären will, aber das hat sie anscheinend geplant, denn auf einmal schnappt sie sich sein Schwert aus seiner Scheide und, äh, bedroht ihn. Es ist die Frage, hast du es kommen sehen, dass sie noch irgendwas, äh, in der Hinterhand haben könnte oder wie sieht's aus? Oh, naja, also das ist, ich war so ein bisschen überrascht von ihrer Reaktion dann doch letztendlich. Obwohl man's ja irgendwo auch nachvollziehen kann, weil sie sagt dann nämlich, ja, äh, äh, sowas wie Vergebung, das existiert für, für unser Eins nicht. Äh, früher oder später, wenn sie rausfinden, äh, dass ihr mich habt gehen lassen, dann werden sie, werden sie mich verstoßen, äh, was dann Isildur sagt, dass er, dass er das nicht zulassen will, aber, äh, ja, hinter ihr geht nämlich noch was ab, denn Aaron, die hat anscheinend sie auf die Probe gestellt und nicht unbedingt Isildur, okay, vielleicht sogar beide, auf jeden Fall hat er seinen Bogen auf sie gerichtet, äh, weist sie dann irgendwie an, dass sie ihr Schwert, äh, oder das Schwert sinken lassen soll. Äh, während das aber passiert, hören wir hinter Aaron dir schon ziemlich laute Geräusche, ne? Ja, es knackt, wir sehen, äh, wieder diese weißen, äh, Blütenblätter herabrieseln. Aaron dir schaut, ähm, sehr überrascht nach oben. Und dann, ähm, äh, trifft ein langer Arm, äh, Estrid und schleudert sie gegen einen Felsen und sorry, sie sollte tot sein. Ach, der wünscht auf einmal den Tod, okay. Nein, 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 ich wünsche ihr nicht den Tod, ich meine nur, das hätte sie umbringen sollen, auf, äh, logische Sicht. Theoretisch schon, ja, aber gut, hier ist ja ... Das ist, aber ich wünsche, ich wünsche ihr nicht, ich wünsche ihr nicht den Tod, ich bin nicht irgendwie böse auf sie, aber das hätte sie töten müssen, dieser Schlag und dieser Aufprall. Also, wir, wir, wir können, wir können gerne verhandeln, äh, du willst Estrid tot sehen, ich will Theo tot sehen. Deal? Nein, nein, das ist wie gesagt, ich will niemanden tot sehen. Ja, ja. Aber sie, ähm, genau, sie werden auf jeden Fall, äh, und dieser, dieser lange Arm, ähm, gehört einem End, äh, zwei Ends. Genau. Da tauchen vor ihnen auf. Ends, die wir ja kennen aus, äh, der Peter-Jackson-Trilogie in erster Linie, äh, also von, äh, Baumbart und seinem ganzen Gefolge, die dann da Isengard platt machen. Äh, hier, äh, sind es aber, ja, es sind zwei Ends anscheinend und, äh, das scheint auch ein Pärchen zu sein, zumindest ist eine von denen eine Endfrau, von der ja immer nur die Rede war, äh, in den Peter-Jackson-Filmen und auch im Buch, ne? Genau, hier ist eine Endfrau und ich muss ganz ehrlich sagen, das stößt leider wieder etwas auf, womit ich nämlich auch Probleme habe mit der Jackson-Trilogie. Mhm. Mhm. Und das ist das Design der Ends. Okay. Weil, so wie es in den Büchern beschrieben wird und ich habe ganz viel anderes, so Fanart gesehen und ganz viele andere Sachen. Mhm. Ich finde nicht, dass die aussehen sollten wie einfach laufende Bäume, sondern. Ja. Die sollten sehr viel mehr aussehen, so wie ihr eigenes mystisches Volk und so werden sie ja auch beschrieben im Buch und ich verstehe, dass der Film da so auch Shorthand-mäßig was liefern wollte und dann nicht so sehr das Publikum verwirren wollte und dann sagen, ja, machen wir sie einfach baumähnlicher. Mhm. Einfach ums leichtes Mal. Ist genauso wie mit Kankra. Ist genau wie die, wie die Kankra-Logik. Aber ich wünschte halt wirklich, diese Serie hätte sich davon distanziert und hätte dann so mehr ihr eigenes Ding gemacht. Gerade in Bezug auf die Entfrauen, weil dann letztendlich, ja, schön, hat hier diese weißen Blütenblätter und so weiter und hat eine weibliche Stimme. Aber ansonsten sieht das halt auch genauso aus wie die Ents, die wir schon kennen und das ist mir einfach, das ist mir einfach nicht genug. Ja, obwohl, da muss ich sagen, ja gut, über das Design in den Jackson-Filmen kann man vielleicht sogar ein bisschen streiten, theoretisch. Was sie da aber besser hinbekommen haben, sind die Augen. Die sind hier einfach nur so aus Holz und im Buch wird beschrieben, also ich glaube, die werden gar nicht wirklich beschrieben, weil die Hobbits das halt schildern, dass ihre Augen echt seltsam sind und das haben die bei Peter Jackson deutlich besser hinbekommen. Hier wirkt das einfach nur, ja, die sind halt auch aus Holz. Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen anders hier. Aber ja, ansonsten halt, ja, die Entinnen hat so ein bisschen, so, weiß nicht, scheint so ein bisschen glattere Haut zu haben. Aber ansonsten ist mir das einfach nicht, ich wünsche halt, vielleicht hätten es sogar bei den Endfrauen noch so extra so komplett, da hätte ich mir eher, ich hätte mir da bei Endfrauen eher was vorgestellt wie so große Nymphen oder sowas. Ja, das wäre auch eine Idee gewesen. Die so ein bisschen Baum, mit so vielleicht so Weidenzweigartigen Haaren und, aber einfach so allgemein auch so ein bisschen mystischer, interessanter, als dass es halt einfach, ja, wieder dieses Enddesign ist, was wir schon kennen. Also diese Endfrau heißt Winterbloom, wie wir dann, glaube ich, erfahren. Die will Isildur und Estrid auch dann beide eigentlich zertreten, bis Arondir sich dann einschaltet und auch Sindarin zu ihr spricht und dann meint, ja, hier, ich bin Arondir, bla, 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 aus dem Grünwald. Und dann merkt man auch so langsam, dass die Ends eigentlich nur auf Leute aggressiv reagieren, die irgendwie eine Klinge in der Hand haben. Genau, und das ist nicht für Bäume. Wobei, da habe ich mich dann auch gefragt, was ist eigentlich, wenn jemand einfach von diesen Wildmenschen nur mal irgendwie ein Schnitzmesser rausholt, dann müssten die ja auch sofort alarmiert sein. Ja, ja, es ist, ja, es ist schwierig und letztendlich müssen die auch dabei sein, aber, ja, aber die sind höchst sauer auf Leute, die natürlich Bäume umhacken, etc. und dann auch fragen halt, seid ihr denn frei von Sünde, so gesehen? Genau, habt ihr jemals eine Axt gegen Holz erhoben? Ja, und leider muss Arondir sagen, dass er selbst diese Sünde auch schon begehen musste. Ja, was nicht gut ankommt bei Winterbloom, die um sich schlägt, Arondir wird dann an so einen Baum gedrängt, der sich dann als weiterer End entpuppt, dem Arondir dann auch relativ ausweichen muss und die sehen dann auch sein Schwert. Und er versichert ihn dann aber, ja, das ist nichts fürs Fällen von Bäumen und da wollen die wissen, ja, wofür dann? Und Isildur kommt dann an, also von wegen, ja, hier, damit töten wir Orks und keine Bäume. Und das ist für die Ends dann so ein kleiner Trigger, die sagen dann, ja, hier, eine Ork-Armee wütete hier durch die Lande und deswegen sind wir überhaupt hierher gekommen. Also wir kommen von weit her und hatten den Plan, hier noch irgendwas zu retten, aber es ist wohl zu spät dafür. Arondir hört das dann und meint dann so, ja, eine Ork-Armee, wie lange ist das her? Und die Ends sind dann aber, naja, das ist bei denen halt noch alles sehr frisch, ne? Und da zitieren sie dann auch was aus dem Buch, also ich glaube nicht wortwörtlich, aber so diesen Spruch von Baumbart aus dem zweiten Herr der Ringe Film mit Geschöpfe, die ich von Nuss und Eichel ankannte, ne? Also die Bäume. Ja, genau. Also der männliche End redet dann darüber und seine Frau regt sich dann auch wieder zu sehr auf, weil sie dann meint, ja, die sind ja eigentlich genauso, sie sind kein bisschen besser als die Orks und will dann Isildur und Arondir, ja, die langt, glaube ich, mit ihren Zweigen nach denen und dann fängt Arondir an, sie irgendwie auf Elbisch zu beruhigen und um Vergebung zu bitten. Was so halb fruchtet bei dieser Endfrau, ne? Im wahrsten Sinne, weil sie gibt ihm ja dann eine Blüte von ihrem Körper und dann sagt sie, forgiveness takes an age, was auch einer der Tracktitel auf dem Soundtrack ist. Ja, und auch schon, die Szene war auch schon im Trailer zu sehen, also sprich, Vergebung braucht ein Zeitalter lang, ne? Und Arondir will dann ihnen zusichern, dass die Bäume dieses Waldes, dass die in Frieden bleiben können. Und dann wirft Isildur ein, ja, meinst du, dass sie überhaupt wissen, was Frieden ist? Und dann halten, beide Ends halten dann, glaube ich, einen Monolog darüber, ja, Frieden ist für sie, wenn nach einer stürmischen Nacht die Dämmerung still einsetzt und die Vögel erwachen und dass sie sich schon immer um diesen Wald hier gekümmert haben, bevor dann die Berge dann aufkamen und sie dann getrennt haben. Aber ja, sie haben eine Vorstellung von Frieden, meinen sie damit dann, ne? Ich glaube, die halten sogar Händchen dann auch, die Ends, ne? Ja, ich glaube schon. Okay, das ist dann schon ein bisschen kitschig, aber ja, ist okay. Diese Friedensumschreibung fand ich sehr schön. Ja, die fand ich auch schön. Ansonsten bin ich kein Fan von dieser Szene, ehrlich gesagt. Oh, das wundert mich. Ja, ja, weil letztendlich, ich weiß nicht, das wirkt ein bisschen, jetzt hier die Ends zu haben, das wirkt für mich irgendwie zu sehr. Dass irgendwann Ends auftreten, eine Serie ist fein. An dieser Stelle hier finde ich es irgendwie, ja, nutzlos halt. Das hätte man irgendwie auch anders lösen können. Wir brauchen jetzt und hier keine Ends. Ja. Und das wirkt, und in einer Folge, wo es eh schon halt diese ganzen Fanservice-Momente gibt, dass hier dann vielleicht, das ist für mich dann vielleicht das Quäntchen zu viel. Und wie gesagt, ich bin halt auch enttäuscht davon, dass sie sich dann doch nicht mehr getraut haben mit dem Design der Ends. Ja, obwohl überraschend tut mich das jetzt nicht, weil wir hatten ja schon in Folge 3 festgestellt, dass sie einfach zu sehr an den Jackson-Filmen und deren Ikonografie kleben einfach, ne? Ja, wohingegen, weiß nicht, hier und da trauen sie sich was und hier und da dann eben aber auch nicht, leider. Es ist, äh, äh, ist schwierig. Ja, aber ich bin letztendlich, die Szene war mir relativ, äh, wo ich dachte, äh, ich bin ja nicht wirklich emotional involviert. Es ist schön gespielt, es ist auch schön gevoice-acted. Ich weiß nicht, wer die beiden Sprecher und die Sprecherinnen sind, aber ich glaub ... Ja, können wir leider noch nicht sehen, nee. Aber ich fand die sehr gelungen und die klangen irgendwie auch bekannt. Also irgendwie kamen die mir bekannt vor. Ich glaub, die haben da irgendwelche Namen sich dafür geholt. Auf IMDb, ähm, gibt's jedenfalls noch nichts, wenn ich das richtig gesehen hab. Okay, ja, da ist dann nur, ah, da ist zu wenig bekannt. Äh, ja gut, oh Gott, hier stehen nur Seagards. Okay, alles klar. Äh, äh, und die haben ja wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun. Äh, nee, also diesen Monolog fand ich durchaus schön. Es war jetzt auch nicht so, also, ich mein, wenn Baumbar da am Singen ist in die zwei Türme, dann denkt man sich auch so, ja, worüber kann der denn jetzt wohl singen? Ach ja, Bäume und Laub und Blätter und was weiß ich. Da fand ich das hier schöner. Auf der anderen Seite hatte es auch nicht so wirklich Mehrwert, dass es jetzt ja auch dann eine Endfrau war, ne? Ja, es ist einfach nur halt, ja, weil wir bisher noch keine Endfrau gesehen haben. Hier, bitteschön. Also man kann ja theoretisch was daraus machen, vielleicht noch in späteren Staffeln, weil im Extended Cut von Die zwei Türme deutet sich das ja an, man muss wissen, einfach im Buch und auch im Film wird zumindest angedeutet, das Dilemma der Ends ist irgendwann, dass sie die Endfrauen verloren haben und dass sie die nicht wiederfinden können. Und das könnte die Serie dann theoretisch weiterspinnen. Ja, wie kam es denn dazu? Wobei ich das auch ehrlich gesagt immer als kleinen Gag von Tolkien empfunden habe, weil ich hab mir gedacht, wahrscheinlich wird es so sein, dass die ab einem bestimmten Punkt wortwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen haben, sprich, dass die ihre Frauen auch wiederum für Bäume gehalten haben könnten oder dass die irgendwann abgehauen sind, sonst was. Und er fragt ja auch, ob es vielleicht im Auenland welche gibt und vielleicht sind ja irgendwelche da in den entlegenen Winkeln. Ja, ich meine, wenn das die Serie beleuchten will, ist fein, aber letztendlich ist das ein Aspekt, den ich nicht sonderlich interessant finde momentan. Ja, vielleicht hätte man sich das aufsparen können. Auf jeden Fall sehen wir dann, dass Theo und die anderen wilden Menschen kommen hier frei. Ah, ja gut, ob sie den Plot ... Ich muss sagen, dieser ganze Plot ist echt so ein bisschen ... Ich weiß nicht, da hätte man sich mehr auf das mit Estrit konzentrieren müssen, finde ich. Also wenn man schon diesen ganzen Plot haben muss mit Isildo, dann hätte, glaube ich, das ... Also das hier, das wirkt halt echt so wie Filler. Vor allem fällt mir dann halt auch wieder auf, jetzt auch konsequent fortgesetzt aus der ersten Staffel, die etablierenden Konflikt und der wird entweder noch in derselben Folge aufgelöst auf eine ziemlich einfache und schnelle Art und Weise oder aber dann schon irgendwie zwei Folgen später. Also die schaffen es nicht, Konflikte wirklich aufzubauen, äh, zu halten und dann irgendwie auch daraus Spannung zu generieren. Das schafft die Serie in meinen Augen wirklich überhaupt nicht. Ja. Und das setzt sich hier nahtlos fort. Ja, aber, äh, da kommt ja dann nicht nur Theo an, äh, der dann Arondir schon, äh, dankbar dafür ist, dass er ihn jetzt, äh, gerettet hat. Und, äh, Arondir meint dann aber, ja, ich, ich hab's versprochen und ich hab ja auch noch was, was, was anderes versprochen, äh, beziehungsweise ich hab noch ein anderes Versprechen zu halten. Also Theo, äh, soll, soll mitkommen. Weil, ähm, also Arondir wittert jetzt die Möglichkeit, die Orks zu finden und eventuell doch noch Ada konfrontieren zu können. Also sprich, dass er, äh, das, äh, äh, einlösen will, was, woran er in der ersten Staffel gescheitert ist. Und er bietet dann an, Theo mitzukommen, worauf der dann meint, ja, ich hab da auch noch Versprechen zu halten. Das klingt vielleicht im Dialog schön pathetisch und getragen, aber ich fragte mich dann, äh, was denn bitte? Also wem, wem ist Theo denn hier irgendwie verpflichtet, sag ich mal? Ich weiß nicht, vielleicht halt, weiß nicht, ob da da irgendwie auch die, dann die Anspielung mit auf seiner Mutter ist, aber, ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber so verlassen wir dann halt erstmal diese Charaktere. Ja, bis auf, äh, es gibt ja noch das zwischen Isildo und Estrid. Hm. Also die, die kommen ja dann da auch zusammen und, äh, die anderen Menschen kommen ja dann auch frei. Darunter ist einer namens Hagen. Ja. Also wirklich wie Hagen von Tronje. Äh, und, äh, der ist anscheinend ihr Verlobter, äh, und die umarmen sich dann auch und für Isildo ist das schon ein ordentlicher Dämpfer, weil, äh, als er dann zu Estrid kommt, sind die fast kurz davor, sich zu küssen eigentlich. Mhm. Äh, bis dann eben Hagen dazwischen kommt und Isildo dann sich relativ enttäuscht trollt. Das muss ich sagen, tat mir fast ein bisschen leid. Also, alle Figuren interessieren mich jetzt nicht so wirklich, aber, äh, das war schon irgendwie, ja gut, von Estrid war's jetzt nicht ein Dickmove, aber das ist wirklich so, so ganz typisch. Ach, da ist dann doch noch ihr Verlobter und so, ne? Ja, es ist, und ich mein, das ist eben auch eine Situation, die sehr relatable ist und deshalb können wir uns dann gut drauf einlassen. Äh, wir kommen dann auch schon, äh, ich meine zur letzten Szene. Ja, wir sind bei den, bei der Elbengruppe wieder. Genau, wir sehen, äh, erst, äh, Wälder und, äh, die, äh, Karte und, äh, dass die Orks jetzt hier marschieren, auch wieder mit diesem Schlachtruf Numpad, ne, den wir ja schon aus der ersten Staffel gewohnt sind, in Anführungsstrichen. Und, äh, ja, ich hab es jetzt beim zweiten Mal auch erst gesehen, ja, Damrod ist auch dabei, also dieser Riesentroll. Genau, den sieht man auch im, im Hintergrund da rumlaufen und die Elben beobachten das. Dann plötzlich, äh, fliegen die Pfeile, äh, allerdings sind die nicht auf sie gezielt, sondern das ist von der Gruppe Orks, die jagen. Ähm, und die haben dann einfach zufällig in die Richtung geschossen, aber leider haben sie ein bisschen zu gut geschossen, weil einer der Elben wird getroffen. Genau, äh, Kamnir haben sie erwischt. Und, äh, davor ist aber tatsächlich noch was wichtig, weil, äh, Elrond und seine Schar sehen ja, die Orks da, äh, vorbeimarschieren. Und, äh, da, da war das dann hier, äh, von wegen, äh, wir wollten nach Eregion, wir suchten Sauron und fanden Adar. Mhm. Weil sie können ja eigentlich null Kenntnis darüber haben, dass Sauron in Eregion ist. Also, irgendwie frage ich mich in der ganzen Folge so ein bisschen, was ist jetzt eigentlich genau ihre Queste hier? Das, das ist mir, ist mir nicht klar. Vielleicht reden sie selber von Sauron so vom großen Ganzen halt und das war jetzt nicht unbedingt der Schritt, den sie gerade im Sinn hatten, weil jetzt endlich suchen sie ja wirklich Sauron, aber jetzt halt gerade nicht unbedingt aktiv, aber jetzt stellt sich heraus, oh, vielleicht sind wir ihm doch näher als gedacht. Ja, sie haben Adar jedenfalls gefunden und, äh, Elrond vermutet, dass, äh, der und Sauron möglicherweise im Bunde sein könnten, aber Galadriel, äh, meint dann, ja, hier, wir, wir, äh, Orks marschieren hier mittlerweile in, über Elbenlande, wir sind hier alle mittlerweile im Krieg, also nicht nur die beiden sind im Krieg, sondern eigentlich ganz Mittelerde inzwischen oder, äh, es zieht auf jeden Fall heraus, herauf und Elrond meint dann, dass sie den, den hohen König, äh, also Gil-Galat in Lindon warnen müssen, äh, bevor da Segel gesetzt werden gen Mordor, ne, also die wollten ja, äh, Mordor anscheinend mit einer Streitmacht und Schiffen angreifen und das geht ja jetzt nicht. Ja, und dann kommt eben dieser Orkpfeil angesauzt, äh, der, äh, Kamnir trifft, äh, obwohl die Orks ja eigentlich ein Pferd, äh, äh, jagen. Genau. Und, äh, ja, sie riechen dann leider das Blut dieses Elben, der, äh, sich schon den Mund zuhalten muss und hinter einen Stein, äh, geschleppt werden muss, äh, damit er nicht zu laut ist, während er, ja, eigentlich schon im Sterben liegt. Ja, und Galadriel versucht ihm zu helfen und dann stellt sich heraus, dass der Ring ihr hilft. Ja. Und, äh, der Ring heilt die Wunde und der Pfeil fällt dann einfach wirkungslos herunter und, boah, also da sieht man dann, wow, schaut nur, was der Ring kann. Und, äh, letztendlich, ich weiß nicht, ob das Elrond ein bisschen mehr überzeugt eventuell, aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass er das ja auch jetzt mitsieht. Ja, er sieht auf jeden Fall, dass man den Ring jetzt, äh, auch für was Gutes einsetzen kann. Und, wie gesagt, seine Skepsis im Hinblick auf Sauron kann ich nach wie vor überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist für mich her beigeschrieben. Äh, jedenfalls, ja, Galadriel kann ihn heilen, äh, die, die Orks riechen sie aber trotzdem. Also, merken mittlerweile auch, dass es Elben sind und Galadriel will sich dann, also hier von wegen, ja, hier, ihr geht nach Lindon und, und ich lenke sie ab. Und gibt, äh, dann Elrond ihren Ring, äh, der zunächst zögert, ihn dann aber doch nimmt und sich dann, äh, von Dannen macht. Äh, während Galadriel sich alleine den Orks stellt. Die inzwischen mehr geworden sind. Ähm, ich ganze Horde Orks fertig macht. Dabei auch praktisch, boah, also das, das war schon, äh, äh, halt wieder Akrobatik vom Allerfeinsten, ne. Also, da, also, äh, sie, sie stürzt sich erst mal alleine in den Kampf, obwohl die Orks das am Anfang eher so ein bisschen belächeln, ne, und halt wissen wollen, wo die, also die, die wissen auch, dass da noch andere sind. Äh, wo ich mich dann auch frage, warum schicken die nicht einfach den, den anderen welche hinterher, während sie sich hier um Galadriel kümmern. Aber okay, die stürzt sich in den Kampf und da ist es dann so, also, da stürmt unter anderem Ork auf sie zu, mit einer brennenden Fackel, fällt hin, sie nimmt das Feuer von der Fackel auf und schießt damit die anderen in Brand. Ja, sie zerschießt, glaub ich, auch ein paar Laternen oder wie auch immer. Wir schneiden noch einmal kurz zurück zur Elbengruppe, wo sie sagen, oh, sie hat, sie hat sich geopfert, um uns zu retten und in Aero 9, sie hat das getan, um den Ring zu retten. Und das, äh, schmeckt ihm gar nicht, ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, äh, schafft sie es weiter ein paar Orks zu tönen, sie kann es jetzt nicht wirklich ganz mit der ganzen Gruppe aufnehmen, also sie richtet schon einigen Schaden unter ihnen an, es sieht auch so aus, als würde sie, äh, entkommen können auf dem Pferd, es gibt wieder einiges an, äh, Zeitlupen-Einlagen auch durchaus, ähm, wo ich mir dachte, ja, fein, warum nicht, äh, aber nicht mehr, nicht mehr ganz so übertrieben wie bei Wayneship früher, ne, also, aber trotzdem, trotzdem wirkt sie mir immer noch zu unantastbar, also mein Gott, die kann doch vielleicht mal, ich mein, das ist jetzt wirklich eine ganze Ork-Meute, weil da muss man sich ganz ehrlich fragen, warum, warum, äh, schicken die überhaupt, also, äh, weiß ich, theoretisch hätten die auch Galadriel komplett alleine ausschicken können, um, um die Orks fertig zu machen, weil die, und da wird uns halt wieder mit dem Holzhammer eingetrimmt, äh, wie, wie, ach, so überlegen sie doch ist. Und sie einfach mal ein bisschen in Bedrängnis zu bringen jetzt auch. Ich mein, das hätte man doch auch im Hinblick jetzt, äh, sie hat den Ring jetzt abgegeben und der Ring ist ja das, was sie gerade leitet und wahrscheinlich auch, äh, ihre, ihre Macht verstärkt. Und dann hätte man es so machen können, dass sie jetzt ohne den Ring deutlich unterlegener ist beispielsweise. Aber da führt dann ja die Szene hin letztendlich, sie unterliegt dann ja doch. Ja, aber auch nur durch Zufall und weil halt, äh, Ada, äh, ankommt, denn, äh, sie schafft es irgendwie auf das Pferd, das, ja gut, das war schon ganz cool, wie sie irgendwie, äh, auf so einen Ork drauf springt und dann von dem seinen Rücken irgendwie auf den des Pferdes, äh, will dann auf die lospreschen, wird dann aber von einer Kette erfasst, wo ich mir dachte, oh, sind die jetzt hier vielleicht auch noch Grabunholde? Aber nein! Äh, sie schafft es dann, kurz sich aufzurappeln, auch direkt einen Pfeil anzuzünden, also das war auch wieder so, Mann, lass sie doch jetzt einfach mal auf die Fresse fliegen und nicht schon wieder direkt aufspringen und wieder in Kampfbereitschaft. Gib dir doch einmal Möglichkeit, auch mal Schwäche zu zeigen. Naja, aber sie wird dann ja letztendlich überwältigt. Ja, aber auch nur, weil halt, äh, eine schwarze Hand direkt diese, ja gut, das war ganz cool, dass diese, äh, dass der diese Flamme ausdrückt mit seinem schwarzen Handschuh und fährt natürlich einen schwarzen Handschuh. Ah, da ist, äh, dort. Genau. Da steht vor, ja, und im Prinzip sagt er sowas wie, hallo, da sehen wir uns mal wieder. Jetzt ist ja wirklich, jetzt sind ja wirklich die, jetzt ist der Spiels umgedreht. Ja. Das letzte Mal, als sie sich gesehen haben, waren sie ja genau in der gegenteiligen Situation. Aber er sagt es auf Elbisch, ne? Irgendwie ein Stern scheint auf die Stunde unserer Begegnung oder irgendwie sowas, ne? Ja, und damit endet die Folge. Ja, Schwarzbild. Aber, ja, wer dann den Abspann noch guckt, wird einen harten, tonalen Bruch erleben. So hatte ich mir das nicht gewöhnt. Weil man würde nämlich, äh, man, man würde nämlich jetzt zum Beispiel erwarten, dass hier irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Düsteres zu hören ist, irgendwas von Ada, äh, notfalls auch dieser Orkma schnampert. Aber nein, äh, wir sind ja in der Folge, die Fanservice per Excellence ist und deshalb hören wir im Abspann die, äh, ja, gesungene, oder die lang gesungene Version des, äh, Tom Bombardy-Liedes, was, äh, von der Tonalität hier wirklich überhaupt nicht reinpasste. Es ist wirklich nicht, ich finde, das ist ein, das ist auch ein Song, der als Pomo veröffentlicht worden, ich finde den Song wunderschön, aber das hätten sie sich für eine andere Folge aufsparen, sondern nämlich das Problem ist, die letzte Begegnung mit Tom Bombardy liegt jetzt innerhalb dieser Folge schon eine ganze Weile zurück und so casual Viewers haben den nicht mehr wirklich auf dem Schirm, glaube ich. Und jetzt haben wir diese, diesen, dieses düstere Cliffhanger-Ende und es ist halt wirklich, und es ist diese komplette Clash von halt im Prinzip, aha, hier bin ich, der große Böse und ich hab dich in deine Gewalt, Schnitt, now let the song begin. Aber weißt du, anstatt hier, now, bot, nee, plötzlich sind wir bei, bei Bombardy, äh, obwohl ich muss, ja, ich weiß nicht, nee, hier hab ich's noch nicht gesagt, also, ich find den, ich find den Song an sich okay, der Text ist ja eins zu eins von Tolkien, äh, ich find's von Bear McCreery tatsächlich ein bisschen sehr, äh, äh, groß irgendwie aufgemacht, weil Tom Bombardy ist ja eigentlich mehr so, also das hätte mehr so eine, so eine ruhige Nummer sein können, äh, wo ich aber sagen muss, Rufus Wayne Wright, äh, der das ja hier singt, ist ja, glaub ich, ein bekannter Musiker von einer Band, fällt mir jetzt nicht ein, die Stimme hat schon was irgendwo, muss ich zugeben. Ja, das ist sehr, es klingt sehr folky und, und schön, ich wünsch halt nur, es wäre hier jetzt in einem anderen Kontext, das war, das war leider dann doch sehr ungeschickt und man kann sowas machen mit so einem tonalen Gegensatz, aber in diesem Fall hier hat's für mich nicht funktioniert. Nee, wirklich gar nicht, das, das, das passt wirklich null in die Stimmung, ich meine, hier soll ja, hier soll ja Spannung aufgebaut werden und dann soll man sich ja denken, oh mein Gott, Galadriel, willst du das überleben? Und dann kommt auf einmal, äh, Tom Bombardy in die, in die Tonspur gestaxt, ja. Wo's besser funktioniert hat, war bei der ersten Staffel bei Episode 5, wo dann ja der triumphale Auszug der Nominores mit den Schiffen und die Musik super bombastisch, dann endet es und dann kommt eine neue Version von dem Wandersong der Haarfüße und das ist dann so super, im Kontrast ist es halt so super sanft und, und, und leise und das hat sehr viel besser funktioniert, weil es einfach, einmal geht's da auch ums Reisen und die brechen ja zu einer Reise auf und andererseits aber funktioniert das gut als dieser, als Kontrast zu diesem triumphalen Bombast, den wir direkt vorher hatten. Aber hier, hier leider, äh, vielleicht haben sie auf eine ähnliche Wirkung abgezielt und ich meine, ja, es ist Tom Bombardy in die Einstandsfolge, aber, äh, da würde ich sagen, da habt ihr leider viel. Also seine, seine Präsenz ist hier locker 40 Minuten her oder mindestens eine halbe Stunde, ne? Ja, ist einfach zu lange her, die hätten, wenn schon, wenn ihr das mit dem Song beenden wollt, und das sollte auch nicht die Priorität haben, ihr solltet die Folge so enden, wie es irgendwie dann am besten dramaturgisch passt und ich finde, das ist hier gut gewählt, ähm, aber wenn ihr dann euch am Ende nochmal auf Tom Bombardy beziehen wollt, dann hättet ihr ihn lieber dann auch nochmal am Schluss auftreten lassen sollen. Ja, äh, bei uns ist es natürlich auch schon eine Weile her, dass wir über Tom Bombardy gesprochen haben, jetzt ist dieser Podcast hier doch wieder länger geworden, als ich dachte, aber das ist ja hier nur eine Einzelfolge und, äh, kein, äh, mehrstündiger Brecher, wo wir über drei Episoden in einem sprechen. Aber damit, äh, sind wir hier am Ende von Folge 4 und damit auch so jetzt, ja, tatsächlich schon auf der Hälfte der Staffel. Ich kann das echt kaum glauben. Ja, und, äh, deswegen, weil du ja jetzt auch in den, äh, folgenden Episoden dann erstmal nicht mehr mit am Start bist, also Folge 5 und 6, äh, würde ich dich bitten, zum einen ein Fazit zu ziehen zu dieser Folge und auch so ein Zwischenfazit zu der Staffel insgesamt bisher. Ja, also, ähm, ich fand jetzt die Folge 4 ziemlich cool, größtenteils, halt wie gesagt, das Einzige, was mich wirklich gestört hat, weil er tatsächlich wie die Anwesende der Ends, weil ich's nicht wirklich interessant fand. Ansonsten fand ich's, äh, schön mit Tom Bombardy. Wie gesagt, ich war doch ziemlich, äh, verzückt von dem ganzen Zeug. Nicht optimal gelöst, aber hey, innerhalb, äh, dieser Serie, fein. Hier und dort hab ich mich für Dinge dann etwas weniger interessiert, als ich gedacht hätte, weil ich mich auch wieder auf so neue Halblingsvölker gefreut hatte. Und das, äh, hat hier bei mir letztlich so die absolute Priorität eingenommen. Aber ansonsten fand ich's einfach, ich fand's, ich fand's abenteuerlich, ich fand's, äh, teilweise ganz stimmungsvoll gemacht und nach wie vor halt, äh, schön gespielt und auch natürlich die, ähm, und inszeniert und halt auch die mit der Musik und so weiter, war das, war das alles schön. Ja, also das, das hier fand ich jetzt so ein bisschen cooler noch als Episode zwei und drei, aber, ähm, Folge eins, dann hat noch ein bisschen, äh, immer noch die Nase vorn. Und, ähm, insgesamt, ja, jetzt so, seit, nachdem ich nach der Hälfte durch bin, ich bin froh, dass ich jetzt noch die Hälfte vor mir habe. Ich kann mich dann auch noch auf was freuen nach dem Urlaub. Und, äh, ich bin nach wie vor sehr aufgeregt und, äh, freue mich ganz doll, da noch, äh, alles ein weiteres Mal zu schauen, noch ein bisschen mehr zu erforschen. Und natürlich auch dann in die weiteren Alben reinzuhören, die noch kommen. Also, ich bin nach wie vor, äh, extrem happy und, äh, freue mich auf alles Weitere. Ja, also ist auch so dein, dein, äh, Zwischen, äh, Fazit, äh, zu der ganzen Staffel, ne? Okay. Ja, äh, ich bin, wie man's natürlich rausgehört hat, äh, schon etwas deutlich zurückhaltender. Also, die Folge hier an sich, ja, also, jetzt so beim zweiten Mal, ähm, die und die dritte und die zweite, die tun sich für mich immer nicht viel. Also, die erste ist immer noch die beste auf jeden Fall. Und die hier war, äh, boah, ja, so manche Sachen fand ich ganz nett, aber es ist jetzt wirklich schon sehr forcierte Fanservice-Parade. Also, das ist wirklich, die, die gehen das hier wirklich, äh, äh, teilweise wie auf so einer Checkliste ab, hab ich das Gefühl. Ich find halt auch, also, ich hab ja oft gesagt, dass sie an vielen Stellen auch Potenzial verschenkt haben. Äh, für mich, äh, ist auch, also, das zieht sich bisher aus so durch die ganze Staffel. Äh, für mich wirkt vieles einfach wieder sehr unmotiviert. Und, also, warum Charaktere das jetzt machen, aus welchen Gründen und sonst was? Also, die Stakes sind da nicht so richtig klar. Und das merkt man dieser Folge hier vor allem auch an. Generell hab ich auch das Gefühl, dass sie nicht so wirklich wissen, was sie mit den Haarfüßen noch machen sollen. Äh, also, auch wenn sie denen jetzt vielleicht ein bisschen, oder, also, der Kultur insgesamt ein bisschen mehr Geschichte geben. Aber, ich weiß nicht, das wirkt alles so ein bisschen echt wie, ja, wir müssen jetzt die Zeit rumkriegen. Und wenn ich jetzt überlege, wir sind jetzt auf der Hälfte der Staffel. Und ganz ehrlich, so wahnsinnig viel ist noch nicht passiert. Und, äh, auch merke ich, dass Elrond und Galadriel, dass die Autoren da auch so ein bisschen strugglen, denen wirklich was zu tun zu geben. Und bei Galadriel verpassen sie es leider auch, weil die hätte jetzt die Möglichkeit gehabt zu so einer Art Redemption-Arc, sag ich mal. Und das wird jetzt alles ausgelagert darauf, oh, sie hat jetzt den Magic Ring und lässt sich davon leiten. Und, ja, weiß nicht, das entwertet sie eigentlich auch als Figur so ein bisschen. Weil letzten Endes ist sie jetzt eigentlich nur eine Erfüllungsgehilfe dieses Elbenrings. Letztendlich haben die Charaktere nur so viel Urgency, wie es gerade der Plot irgendwie braucht. Also, sie wirken einfach so ein bisschen herumgeschubst von der so überschattenen Struktur, die sie sich hierfür ausgedacht haben. Und ich meine, es sind viele Charaktere. Es ist schwer, dass wir irgendwie alles zu handhaben, durchaus. Es gibt andere Serien, die das vielleicht ein bisschen geschickter hingekriegt haben. Und es ist hier allgemein so ein bisschen einfach nur, hab ich hier das Gefühl, wir baden einfach jetzt ein bisschen in der Lore. Und ergänzen das hier und dort mit so eigenen Ideen, mit denen wir die Lücken füllen und so. Dagegen hab ich an sich so gar nichts. Ich find's auch nicht schlimm, dass das jetzt alles nicht ... Teilweise wirkt so ein bisschen gerascht, aber teilweise find ich's schön, dass die auch so ein bisschen sich gerade so, so, und jetzt sind wir hier und wir viben einfach mal ein bisschen. Ähm, und ich find nach wie vor immer noch, ähm, die Besetzung größtenteils sehr gut und einnehmend. Aber es gibt halt einige Plotstränge, die mich mehr interessieren als andere. Ja, gut, das ist nicht ungewöhnlich bei Serien. Also, selbst bei Game of Thrones oder was, da bist du dann auch eher so, ah, jetzt schon wieder Aria in den, in den, äh, Häusern der, der hier schwarz und weiß oder was, ne? Also, das, das, äh, tritt ja auch so ein bisschen auf der Stelle bei, äh, in Game of Thrones. Also, ich, ich war am Anfang der Staffel ja wirklich hoffnungsvoll, dass es jetzt hier besser wird. Und gerade die erste Folge fühlte sich auch für mich an wie eine Kurskorrektur. Das ist hier zwar auch noch vorhanden, allein schon, dass Galadri nicht so wirklich die Hauptfigur mehr ist. Aber ein Stück weit fragt man sich zumindest jetzt in diesen ersten vier Folgen, ja, wer ist jetzt hier eigentlich genau die Hauptfigur? Und das weiß die Serie, glaub ich, selber nicht so richtig. Und, äh, auch die, die ganzen Plots, die sie dann aufmachen. Wie gesagt, sie, sie nutzen nicht wirklich Potenzial, was da wäre. Sie schaffen es auch nicht, Konflikte oder irgendwie sonst was zu halten. Und Konflikte sind nun mal das, was einen Plot antreibt. Äh, wobei ich aber noch sagen muss hier, da mit Estrit, da hatte ich noch mal nachgelesen. Und es wird hier auch schon angedeutet, ne? Dass Isildur wahrscheinlich mit der anbandeln wird. Und es ist wohl tatsächlich so in der Lore, dass Isildur, äh, eine Frau unbekannter Herkunft heiratet. Also, das haben sie hier vielleicht, vielleicht, äh, betten sie das hier irgendwie noch ein bisschen ein. Also, da, da muss man sagen, da machen sie schon eigentlich das, was, was, äh, Tolkien eigentlich auch schon, äh, zu Lebzeiten kommuniziert hatte. Nämlich, dass er bewusst Lücken in seiner Lore gelassen hat, die andere gerne füllen dürfen. Äh, wie das dann aussieht und wie das umgesetzt ist und wie es dann geschrieben ist, das steht sicherlich auf einem anderen Blatt. Also, das ist jetzt ja auch nochmal ein Appell von, von mir an Leute, die behaupten ja, Tolkien rotiert ja bei der ganzen Serie im Grab, was sie hier aus seinem Werk gemacht haben. Und dass das ja gar nichts damit zu tun hätte. Also, das stimmt auch nicht. Wie es, wie es umgesetzt ist, darüber kann man streiten. Ich hab auch wirklich viele an der Serie zu kritisieren, wie man jetzt hier merkt. Aber, äh, dass das wirklich überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, das stimmt wirklich de facto gar nicht. Und, äh, zumindest, wie gesagt, zumindest auf dem Blatt Papier, äh, lassen sie sich durchaus von dem inspirieren, äh, wo, äh, Tolkien gesagt hat, da dürfen gern andere kommen und das weiter aus, äh, fleischen, was ich als Fundament dagelassen hab. Also, das beste Beispiel dafür ist ja Ruhen, ne, wo ja wirklich bei Tolkien nahezu wirklich gar nichts vorhanden ist. Und, ja, das lässt dann vielleicht auch fast schon ein bisschen zu viel Spielraum, äh, für, für, äh, Schreiberei. Aber Lirum Larum, ja, ich fand die Folge, äh, irgendwo noch okay, sagen wir es mal so. Aber für mich ist, also, es ist nicht so, dass jetzt ein rapider Abwärtstrend ist, äh, genau gespiegelt gegenüber der, äh, äh, ersten Hälfte bei Staffel 1 bei mir. Aber, ja, es, es ist nichts, was mich so richtig mal begeistert tatsächlich. Und das gab es in der ersten Folge, Stichwort Auftakt und auch hier der, äh, das Lied von Benjamin Walker. Also, ist es nicht so, dass ich nicht begeisterungsfähig bin und dass ich der Serie keine Chance gebe, ne? Ja, nein, absolut, nee, du bist, äh, nein, du, du bist, äh, aus, äh, von, von deinem Standpunkt aus bist du sehr fair. Ja. Und, ähm, ich bin halt ein bisschen schwärmerischer, vielleicht weiß nicht, vielleicht bin ich einfach ein bisschen einfacher zu begeistern, wenn es um Fantasy und Mitteljahr und so weiter geht. Aber für mich funktioniert das ja alles größtenteils ganz gut einfach halt als diese gut gemachte, nice Fantasy-Serie mit Sachen, die ich wiedererkenne, aber auch Sachen, von denen ich mich überraschen lassen kann. Also, für, für mich ist es halt wirklich bezeichnend, dass sie hier diesen ganzen Fanservice jetzt in eine Folge gestopft haben und das auch noch an einem Punkt, wo, äh, generell irgendwie gerade es wie, wie Wassertreten wirkt und auch, also, dass man da dann ausgerechnet da Tom Bombadil rausholt, der wirklich der Bremsklotz schlechthin ist eigentlich für die Dramaturgie. Okay. Naja, man wird sehen, wo das noch hinführt. Äh, ich würde sagen, lasse, wir machen jetzt hier aber den Cut. Äh, es hat mich trotzdem, äh, sehr gefreut, äh, mich wieder mit dir auszutauschen. Ja, wir werden dann ja, also, nächste Woche werden wir ja hören, wie Sven bisher die erste, äh, Hälfte gefallen hat. Da bin ich schon sehr gespannt. Da haben wir, da haben wir wirklich uns bislang noch gar nicht mit ausgetauscht. Äh, ja, und du wirst dann ja in Folge sieben und acht wieder zu uns stoßen, äh, wenn dann, ja, Hit, äh, Shit Hits The Pan, glaube ich, an der Tagesordnung ist, weil man merkt jetzt schon ... Warum sagst du eigentlich immer Pan? Soll das eine andere Anspielung sein? Weil eigentlich heißt es Shit Hits The Fan. Stimmt, Shit Hits The Fan, ja, stimmt, das passt zu dieser Folge eigentlich sogar besser. Aber ja, äh, wir werden es, äh, dann sehen. Also, man merkt ja, glaub, äh, du merkst ja, glaub ich, schon, worauf das ja am Ende hinauslaufen wird, äh, äh, im Showdown, ne? Ja, sicher. Äh, letztendlich muss man dann halt schauen, was da noch so alles passiert. Aber ich freu mich schon ganz doll. Ich bin froh, dass ich jetzt noch die Hälfte vor mir hab. Okay, dann, äh, würde ich sagen, sind wir hier am Ende. Ihr da draußen könnt uns natürlich gerne schreiben, wenn, äh, ihr eventuell noch mehr, äh, Einblicke in die Lore habt oder, äh, euch Details etc. aufgefallen sind. Äh, ihr könnt auch gerne kommentieren, wie ihr unseren Podcast fandet. Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas falsch verstanden? Etc. Lasst uns das gerne wissen, ob nun, äh, in den Kommentaren beim YouTube Upload oder, äh, auf tele-stammtisch.de. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sind wir durch. Bis nächste Woche. Lasse, äh, dir, äh, einen schönen Urlaub. Äh, du darfst dich jetzt noch verabschieden. Und ich sage schon mal, bis nächste Woche und Namari. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei Folge 7 wieder, liebe Hörende. Bis dahin und vielen Dank und tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.